bis zum Ende Juli und wir freuen uns heute mit Julia Silberberger, Rüdiger Reinhardt und Alia Pagin hier am Start zu sein. Die Veranstaltung wird so laufen, dass wir drei Teile haben. Also wir starten jetzt um 10 bis circa 11.15 Uhr und haben dann die nächste Präsentation und im Anschluss an die Präsentation gibt es immer die Möglichkeit, Fragen einzureichen oder im Chat alle wichtigen, relevanten Informationen, zum Beispiel, dass Sie spenden können für das DRI, das momentan natürlich einen Ausfall hat durch sein fehlendes, ausbleibendes Live-Präsenzpublikum, was normalerweise den Saal hier besucht. Aber auch, es gibt die Möglichkeit auch über presse.dai-heidelberg.de Fragen einzureichen, also presse.dai-heidelberg.de, die ist auch da unten in der Beschreibung drin. Und wir moderieren die Fragen im Hintergrund und behalten uns natürlich vor, entsprechend der Netiquette und den Regeln des Anstands und der guten Diskussionskultur Nutzerinnen und Nutzer vorzuziehen, die sich entsprechend dieser Regeln behalten. Gut, ich würde jetzt einfach direkt übergeben, wenn wir soweit sind. Die beiden und alle drei sind schon im Bild und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass wir heute bis um 14 Uhr insgesamt, wenn Sie es einrichten können, einen ganzen langen Vormittag und den Mittag mit Unterstützung meiner wunderbaren Kollegin Sarah an der Technik und Regie heute ins Bild gesetzt werden. Und jetzt sind Sie im Bild. Herzlich willkommen. Hallo und danke, dass wir heute mit euch ein ganz großartiges Online-Seminar durchführen dürfen. Ich werde euch gleich ein bisschen was erzählen, was eigentlich Verschwörungstheorien sind und wie sie funktionieren und was wir in letzter Zeit alles auch so ein bisschen erlebt haben seit Januar, Februar. Und da sind wir auch schon gleich beim Thema. Rüdiger geht dann gleich weiter ins wissenschaftliche Arbeiten und den Faktencheck. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren. Denn ihr wisst, wenn ich referiere, dann kann das manchmal zwei Stunden dauern. Ich habe aber nur eine knappe halbe, dreiviertel Stunde. Also let's go. Ich share euch mal meine Präsentation. So, und wir machen Fakten jetzt wieder great again. Unser Motto ist ja auch, let's make facts great again. Und ihr habt ja auch gesehen, ich habe das hier auf meinem T-Shirt. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir jetzt in der heutigen Zeit die Fakten von dem Schwurbel teilen, die Fakten von dem Schwurbel trennen. Ihr kennt uns ja vielleicht von Facebook oder von Twitter oder von unserer Verleihung von goldenen Aluhut. Wir beschäftigen uns mit Verschwörungstheorien. Jetzt schon seit sechs, sieben Jahren beforschen wir die Szene und beobachten die Gruppierungen und haben die aktuellen Trends im Auge. Und wenn uns eins aufgefallen ist, dass es ganz wichtig ist, den Leuten Medienkompetenz nahe zu bringen. Und deswegen sind wir heute hier. Und da fangen wir auch mal an. Und zwar, jetzt geht meine Präsentation nicht weiter. Ha! Basic stuff first. Ganz wichtig. Also nicht jeder, der eine Kritik übt, ja, an einer etablierten Situation oder an etwas, das tatsächlich kritikwürdig ist, ist gleich ein Verschwörungstheoretiker. Nicht jeder, der sagt, oh, da könnte eventuell etwas sein, was nicht mit rechten Dingen zugeht, ist gleich ein Verschwörungsideologe. Denn wir haben auch noch den Fachbereich der Verschwörungshypothese. Und das ist wissenschaftliches Arbeiten. Das ist ein Checken von Fakten. Und hier wird abgewogen, wie möglich ist eine Verschwörung, tatsächlich im rationalen Sinn. Das kann verifiziert oder falsifiziert werden. Das ist eine rein wissenschaftliche Angelegenheit. Die Verschwörungsideologien hingegen sind ganz anders. Das sind Glaubenskonstrukte. Hier geht es um Stereotype, um monokausale Vorstellungen über Verschwörungen, die sich selbst immunisieren. Da werden Gegenbeweise als Bestätigung für die Verschwörung angesehen und werden auch noch mit in die Verschwörungstheorie eingebunden und sagt, ja, hier, guck mal, die Elite, die hat das extra so eine Brotkrumenspur für uns gelegt. Aber wir sind doch nicht blöde, weißt du? Wir globen das doch nicht. Also wir bewegen uns hier ganz klar im Bereich des Glaubens und nicht im Bereich des Wissens. So. Die Verschwörungsideologie, wie definiert die sich eigentlich? Grundsätzlich wird hier erstmal die Cui Bono-Frage gestellt, wem nützt es, wer steckt dahinter, wer hat da vielleicht irgendwie ein finanzielles Interesse daran oder möchte hier mit irgendwem sich zusammentun, um ein Ereignis herbeizuführen, dass die Welt eventuell ins Chaos stürzen könnte. Fake News sind so die Vorstufe der Verschwörungstheorie. Dem davor gehen noch so Internet-Hoaxes, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber Fake News finden wir eigentlich immer in jeder Verschwörungstheorie sozusagen als Argument und kommen auch meistens von ganz bekannten Fake-News-Portalen. Meistens wird einer, in der Regel mehrere übergeordnete, manchmal übersinnliche, weltweit wirkende mächtige Drahtzieher hinter einem Ereignis vermutet. Die New World Order, also wer uns auf Facebook folgt, der kennt natürlich unsere ganzen NWO-Witzchen und die NWO ist ja auch bei den Verschwörungsideologen ein total großes Ding, die soll ja etabliert werden. Und das wird ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten erzählt. Freimaurer sind immer ganz oben im Kurs, die Illuminaten und natürlich auch die Juden und die Zionisten. Denn Antisemitismus ist in Verschwörungstheorien riesiges Ding. Und wenn wir verschwörungsideologische Argumentationen zu Ende führen, dann landen wir immer bei altbekannten Namen. Da werden Rothschilds und Soros und alle bekannten Zuckerberg, ja, ist jetzt auch aufgenommen natürlich schon seit langem in den Kreis der jüdischen Weltverschwörer. Da werden die ganzen bekannten Namen genannt und am Ende steht eigentlich immer die jüdische Weltverschwörung, die die New World Order ist, die jüdischen Pharmakonzerne, die jüdische Hochfinanz und so weiter. Das alles ist ein zielgerichtetes, konspiratives Wirken zu einem meist illegalen oder illegitimen Zweck. Da muss ich immer ein bisschen lachen. Seit wir uns die ganze Sache angucken, habe ich noch keine einzige Verschwörungstheorie gehört, in der man sich zum Positiven verschworen hat. Also falls ihr mal was gehört habt, dass Leute sich so wirklich ganz geheim zum Positiven verschworen haben. Und schreibt mir das mal in die Kommentare bei YouTube, falls ihr von einer positiven Verschwörungstheorie wisst. Also ich habe noch keine getroffen. Meistens ist das immer was Düsteres und was Dunkles. Da steht dann der Weltuntergang am Ende oder ein großer Krieg oder die Ausrottung, die totale Verzüppung der Menschheit. Oder von mir aus kommt auch, wenn die Galaktische Föderation des Lichts wiederkommt. Das ist natürlich auch irgendwie eine positive Sache. Aber gut, wieder was anderes. Also es ist aber auch total identitätsstiftend. Da sind wir wieder beim Glaubenskonstrukt. Denn das kommen wir auch gleich später noch jetzt hier in die Psychologie hinein. Warum Menschen das glauben, das gibt ein Gefühl von Sicherheit. Die jüdische Weltverschwörung, die will ich auf jeden Fall nochmal ansprechen, nochmal ein bisschen ausführlicher ansprechen. Wir haben ja schon gesagt, am Ende stehen immer die Juden oder die Reptiloiden. Das crazy Ding ist, dass in manchen Fällen es auch beide sind. Also dass Juden Reptiloide sind oder Reptiloide Juden sind und miteinander konspirieren. Und es ist also sehr, sehr faszinierend, manchen verschwörungsideologischen Gruppen zu folgen. Und das Ding ist kurz gesagt, Juden streben angeblich die Weltherrschaft an. Das haben sie bereits erreicht in dieser New World Order. Es werden die Medien kontrolliert, die Pharmakonzerne, die Politik, die Universitäten, einfach alles. Die Staatsorgane. Jetzt habe ich auch gerade wieder einen Schwurbel gelesen, dass Israel bestätigt hätte, dass 5G eine Militärwaffe wäre oder dass das aus irgendeinem, keine Ahnung, New Hebrew University, ich müsste nochmal im Screenshot nachgucken. Und das ist dann auch immer so ein Ding so, ja, in Israel ist alles anders. In Israel, da gibt es kein Krebs, ja, weil dort dürfen sie kiffen. Das ist auch ein ganz bekannter Schwurbel. Oder dort leben sie nach der neuen germanischen Heilkunde. Wenn ihr euch mit der neuen germanischen Heilkunde auskennt, dann wisst ihr jetzt ganz genau, worum es geht. An alle anderen. Das ist, wie der Name schon sagt, eine etwas rechtsgerichtete und antisemitische Heil-Quacksalbereiform, die sagt, dass Krankheiten nur Konflikte seien. Und wenn du diesen Konflikt gelöst hast, dann wirst du gesund. Und alle Onkologen sind Juden und haben sich verschworen, einen Genozid durchzuführen, um Nichtjuden zu töten. Und das tun sie mittels Chemotherapie. Deswegen bloß nicht zum Arzt gehen, wenn du Krebs hast, sondern mach lieber einfach ein bisschen Selbstreflexion und dann geht das von alleine weg. Das ist sozusagen die Kernaussage der germanischen Heilkunde, basierend darauf, dass die Pharmakonzerne der jüdischen Weltverschwörung gehören. Und diese Heilkunde hat in den aktuellen Zeiten ziemlichen Zulauf. Die hatte vorher schon einen ziemlichen Zulauf. Da haben sich die Gruppen, oh, Wahnsinn, da waren von 2000 Leuten plötzlich 20.000, da war ich mega überrascht, weil die auch richtig missionieren gehen unter alternativmedizinischen Beiträgen oder unter Berichterstattung der Leitmedien. Und dann kommen die so um die Ecke, so mit den fünf biologischen Naturgesetzen und Selbstheilungsprogrammen und so. Die gehen richtig missionieren. Also das ist germanische Heilkunde, ziemlich antisemitischer Dreck. Im Großen und Ganzen basiert auch das auf den modernen Verschwörungsmythen, von den Protokollen der Weisen von Zion, von denen habt ihr auch bestimmt schon mal gehört, antisemitische Hetzschrift von 1903, die behauptet, dass die Protokolle Geheimattreffen jüdischer Weltverschwörer wären. Ich habe so ein Ding gesehen, vor kurzem letztes Jahr in Dahlheim. Da waren sie ausgestellt. Das Kloster Dahlheim hatte eine Ausstellung zu Verschwörungstheorien. Großartiges Ding. Wir haben nämlich dort noch eine kleine Veranstaltung gemacht, also eine Wissenschaftsshow für Kinder, so ein bisschen knopfhoffmäßig, war total cool. Und durften uns dafür die Ausstellung angucken. Und da lagen eben zum Beispiel zwei Ausgaben, waren es, von den Protokollen der Weisen von Zion. Und es war beeindruckend, das zu sehen. Aber wie gesagt, ich wollte es unbedingt angesprochen haben, weil jüdische Weltverschwörung einfach ein mega wichtiges Thema ist, gerade in der heutigen Zeit, da Antisemitismus wieder en vogue ist, was mir überhaupt nicht gefällt. So, Entschuldigung, ich bin nicht eine Folie zu weit gegangen. Aber Antisemitismus ist und bleibt das Dach der meisten Verschwörungstheorien. Das war jetzt das Fazit, was ich da noch mal rauslassen möchte und was ihr euch bitte auch im Hinterkopf behaltet. So, jetzt geht es ein bisschen um die Psychologie. Warum glauben Menschen Verschwörungstheorien? Ihr habt bestimmt auch jetzt in letzter Zeit erlebt, es sind krisenbehaftete Zeiten. Viele Menschen haben Ängste, Sorgen und Nöte. Und das macht sie empfänglich für verschwörungsideologisches Gedankengut. Vielleicht sind jetzt auch ein paar Zuschauer dabei, die selber davon betroffen sind. Vielleicht hast du deinen Job verloren oder stehst kurz vor dem finanziellen Ruin, weil Kurzarbeitergeld und du weißt nicht, wie du deine Familie durchbringen sollst. Du bist vielleicht Risikopatient und hast Angst, an Covid-19 zu erkranken. Das sind alles nachvollziehbare Dinge. Aber diese Angst ist ein Nährboden für solche Prudentheorien, einfach weil sie dir eine einfache Antwort auf eine unheimlich komplexe Frage bieten, die wir jetzt immer noch nicht komplett beantwortet haben. Weil Wissenschaft ist nun mal ein Feld, das Zeit braucht, um Wissen zu schaffen. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist nicht so, dass wir mit den Fingern schnippen und plötzlich haben wir die Antwort. Und diese Virus-Pandemie ist, ich erlebe sowas zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe sowas noch nicht erlebt. Und ich kann jeden verstehen, dem das Angst und bange wird. Denn auch mir bereitet das selbstverständlich Sorge. Und in dieses Loch, das da auch die Wissenschaft aktuell noch hat, weil das Wissen erst aufgefüllt werden muss, es muss alles gesichert werden. Werden Rüdiger wird da gleich in seinem Vortrag mit euch darüber sprechen, wie Wissenschaft arbeitet. Da in dieses Loch werfen Verschwörungstheoretiker ihre Saat. Und da geht das auf und es blüht. Und ihr seht ja auch, dass es blüht, wenn ihr in die Newsfeeds schaut. Ihr braucht ja bloß Trump zuzuhören oder in die Verschwörungsideologischen Gruppen zu gucken. Oder wenn ihr bei uns guckt, dann auf der Seite. Wisst ihr, wir haben mehr Content, als dass wir ihn posten können. Das ist unglaublich. Wir wissen gar nicht mehr, wohin damit. Und für die Leute ist es eine emotionale Entlastung, das zu glauben, weil es ihnen so ein bisschen die Last der Realität von den Schultern nimmt. Und da sind auch Menschen dabei, die die Existenz dieses Virus dann komplett leugnen, weil auch das eine Art der emotionalen Entlastung ist und Bewältigungsstrategie ist. Das ist nur halt leider eben eine falsche Bewältigungsstrategie. Und um diesen Glauben zu rechtfertigen, folgen sie den Verschwörungsideologischen Gedankengut. Denn es passt ja genau für sie. Es ist ja genau das, was sie wollen. Sie wünschen sich ja jemanden, der ihnen sagt, dass das Ganze überhaupt nicht existiert und alles nicht so schlimm ist. Und natürlich kannst du hier kuscheln gehen und knudeln gehen ohne Mund-Nasen-Schutz. Das ist alles easy going. So, in dieser Spaltung verbrüdert man sich dann natürlich auch für die Sache. Das erzeugt ein Gefühl der Gemeinsamkeit, die da oben, ja, wir das Volk hier unten und gemeinsam können wir hier irgendwas reißen. Das ist halt was, was ein Einheitsgefühl gibt, das viele Menschen momentan irgendwie vermissen. Wir sind eine Gesellschaft, die sich manchmal, was ich auch kritisiere, so ein bisschen auf Einzelinseln zurückzieht und vergisst, dass wir von der Interaktion unserer Einzelgruppen auch leben und dass das Leben lebenswert macht. Und da kann man manchmal das Gefühl bekommen, abgehängt zu werden. Und auch das befriedigt dann so ein bisschen eine Verschwörungserzählung, dass das ja alles gewollt ist und die da oben wollen uns ja klein halten und so weiter. Das Ganze teilt uns die Welt in Gut und Böse auf und auch das ist eine emotionale Entlastung und das ist easy going, wenn man sagen kann, okay, die NWO, Entschuldigung, die hat das halt eben einfach vor und das sind die Fiesen und die Bösen und ich kann mich dann auf die Seite der Guten stellen, denn ich bin erwacht, ich habe es begriffen und ihr noch nicht. Ihr schlaft noch alle und ihr pennt hier und ihr lasst euch von der Lügenpresse belullen und ihr kennt es vielleicht, vielleicht wurde euch das auch schon an den Kopf geknallt, geht doch weiter Bild-Zeitung lesen. Ja, die RTL gucken und bei McDonalds essen. Das sind immer so die Standardargumente, das sind immer so die Bösen. Ja, ja, geh dich impfen. Ja, das Ganze gibt einen kurzen psychischen Gewinn, Illusion der Kontrolle, Abwehr der eigenen Ohnmacht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, jetzt endlich eine Antwort zu haben und ich kann auch was tun. Und ich kann zum Beispiel andere Menschen aufklären darüber, ich kann auf eine Demo gehen, ich kann Handzettel verteilen und endlich habe ich eine Erklärung dafür. Die ganze Zeit habe ich mir vielleicht in meinem Leben schon vorgestellt, dass da was nicht mit richtigen Dingen zugehen kann. Und jetzt endlich sagt es mal jemand. Kennt ihr vielleicht auch von euch selbst so dieses, boah, endlich sagt es mal jemand. Das ist im Endeffekt das Gleiche, nur mit Mist. Und darin in diesem Wunsch, das Ganze zu glauben, weil es einen befriedigt und weil es einem halt so ein bisschen die Welt erklärt, ist man halt auch echt ziemlich aufklärungslos. Und auch das kennen wir von uns selbst. Dann werden Widersprüche ignoriert. Bei Verschwörungsideologen ist es halt dieses, ja, die wollen doch nur, dass wir das glauben. Es ist von den Eliten alles so gewollt. Und das ist, ja, die Presse muss doch so berichten. Es wird doch alles gesteuert und bla, bla, bla. Und dann wird verleugnet und störende Teile der Realität werden halt eben einfach ausgeblendet, wie zum Beispiel, dass so ein Covid-19 tatsächlich existiert. Und ideologische Bindung natürlich, das Ganze ist ein Weltbild. Das darf man auch ruhig als Religion betrachten, als religiöse Ansicht. Denn genauso verteidigen Verschwörungsideologen ja auch ihren Glauben. Das wird jeder von euch, der schon mal mit jemandem diskutiert hat, nachvollziehen können. Und jeder Verschwörungsideologe oder Mensch, der an Verschwörungstheorien glaubt, der uns jetzt zuguckt, wird sicher sagen, ja, das mache ich auch so sehr klar. Ja, natürlich verteidige ich das. Ich bin ja überzeugt davon. Und vermutlich wirst du uns auch einen Kommentar schreiben, so wie ich dich kenne. Es gibt ein Circle of Schwurbel. Das ist, ja, it all comes back to you. Der Erstkontakt. Ich meine, irgendwann kommt man zum ersten Mal mit Verschwörungstheorien in Kontakt und man hat eine emotionale Reaktion, wenn man eine Fake News liest, man ist empört. Oh, what the fuck, das wusste ich ja noch gar nicht. Oder, ja, habe ich mir schon immer gedacht. Oder, ja, mal gucken, gucke ich mir das Ganze mal an. Das haben wir übrigens alle. Ja, das ist auch okay, diese emotionale Erstreaktion zu haben. Da sprechen mich auch ganz oft Leute an und sagen, ja, ich schäme mich total, Mann. Ich habe eine Fake News gelesen. Und im ersten Moment habe ich gedacht, das wäre echt, ja, das geht mir genauso. Und das geht jedem von uns so. Das ist auch in Ordnung. Aber du hast weitergedacht. Du hast das Ganze dir dann angeguckt und hast den Faktencheck gemacht und hast gesagt, okay, ist das Blödsinn, ist eine Fake News, ich habe den Fake entlarvt. Du hast doch alles richtig gemacht. Brauchst du dich überhaupt nicht verschämen, ist alles gut. Aber was wir jetzt besprechen in diesem Circle of Schwurbel, ist das so, wie es nicht funktionieren sollte. Also man googelt und man denkt sich, okay, das gucke ich mir mal an. Und man googelt halt eben falsch. Und man landet bei zwielichtigen Seiten im Internet, die das Ganze halt eben bestätigen. Man hat Kontakt zu verschwörungsideologischen Seiten, Foren, YouTube-Kanälen, WhatsApp-Gruppen und was es halt eben auch noch so alles gibt. Da ist noch einiges mehr dazu gekommen in der letzten Zeit. Dann ist man empört und denkt sich, oh wow, die haben voll die vielen Informationen. Das wusste ich alles gar nicht und so, da müssen wir was tun. Es kann doch nicht sein, dass da die Regierung nichts macht. Und es kann doch nicht sein, dass die Gesellschaft nichts macht. Ich meine, wissen die das denn nicht? Da müssen wir doch aufklären. Und dann sagen natürlich die anderen, haha, du, das ist eine alles alte Geschichte hier. Die Regierung, die darf doch gar nicht, weil wir sind doch ein besetztes Land und da hängt doch die Elite. Und irgendwer ist schon schuld da dran, warum das Ganze noch nicht an der Öffentlichkeit ist. Wobei ich allerdings sagen muss, das ist eine echt miese, miese Weltverschwörung, ja, wenn wir das einfach auf YouTube finden können. Das ist nicht gut verschworen. Gut, jedenfalls, die Person sucht sich dann natürlich Anschluss an andere Communities, Wahrheitsbewegung nennen wir das. Man möchte was tun, man geht auf Demos, man engagiert sich. Man möchte die Inhalte weiter verbreiten, andere Menschen aufwecken. Und vermutlich, wenn ihr euch motiviert fühlt, jetzt einen Kommentar zu schreiben, weil ihr denkt, was erzählt denn die Julia hier für ein Scheiß, ist genau das. Eventuell werden auch die Kinder im Glauben an die Verschwörungserzählungen erzogen. Und deswegen muss es dann halt einfach irgendwie auch besonders fies, weil die Kids halt gleich mit diesem Weltbild aufwachsen. Und als Sektenaussteiger, ich bin als Kind bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen. Ich weiß, wie beschissen das ist, wenn man Opfer von ideologischem Missbrauch ist. Also wenn ihr einer Verschwörungserzählung Glauben schenken möchtet und der Faktencheck ergeben hat, dass es Blödsinn ist und ihr wollt es weiterhin glauben, okay, es ist in Ordnung, es ist persönliche Freiheit, aber bitte lasst eure Kinder da raus. Und so beginnt der Circle of Schwurbel erneut, denn wenn eine Person wieder den Erstkontakt hat, kann es passieren, dass das Ganze halt eben wieder von vorne beginnt. Das Ganze passiert natürlich auch im News-Zyklus, das ist noch ein anderer Circle of Schwurbel. Ein Ereignis findet statt und das sehen wir wirklich jedes Mal, wenn etwas passiert. Ein Ereignis findet statt, die Meldung wird in verschwörungsideologische Gruppen geteilt. Das ist eine News, natürlich ist es Social Media, es geht durch, der Share-Button wird einfach mal bedient. Das ist ja auch nicht das Problem. Innerhalb weniger Minuten werden dann die ersten Verschwörungstheorien bemüht. Das geht super fix, wenn Naturkatastrophen passieren, dann kommen HAHA, Chemtrails, natürlich, Terror, wissen wir Bescheid. Alles klar, waren Crisis Actors oder False Flag Operations. Und jetzt bei Ebola war das auch so ein Ding, die gleichen Verschwörungstheorien, wie wir sie jetzt haben. Bei Ebola 1 zu 1 das Gleiche, da war Bill Gates auch dran schuld und da hat er es im Labor gezüchtet und das soll die Impfprogramme vorantreiben und hast du nicht gesehen. Aber Ebola war halt echt verdammt weit weg. Covid-19 ist hier. Und Ebola-Verschwörungstheorien haben nur eine kleine Gruppe von Menschen erreicht. Das wurde halt bei Impfgegnern rumgeteilt und das wurde in einschlägigen Gruppen reingeteilt. Aber das war jetzt nicht wie heute, dass sich das über WhatsApp so massiv rausverbreitet, aber nur so als Beispiel genannt. Dann wird dann gleich ein Initiator gesucht. Das ist dann wieder eine Weltverschwörung. Das ist natürlich NWO. Dann Kommentare, die einfach nur die drei Buchstaben enthalten. NWO, Gott, wie oft habe ich das schon gelesen. Angebliche Beweise werden vorgelegt, weil natürlich wurde ja alles irgendwo schon mal geschwurbelt, nur halt eben in einem anderen Gewand, dass das Ereignis geplant gewesen sei. Dann gibt es wieder YouTube-Videos über irgendwelche Symboliken und irgendwelche Jesuiten und irgendwelche Davidstern-Prophezeiungen. Die kann ich schon nicht mehr sehen. Blogartikel aus dem Zusammenhang gerissene Zitate von Politikern und so weiter und so fort. Inzwischen ist auch nochmal sehr viel Fotomanipulation dazugekommen und man ist ja auch ein bisschen besser geworden inzwischen in Sachen Fotomanipulation. Im Laufe der Diskussion bilden sich dann Subtheorien, um Haupttheorien zu stützen. Und das ist halt eben eigentlich das Perfide. Ja, also man diskutiert, man brainstormt, man nimmt hier so sein verschwörungsideologisches Schwarmwissen und packt das dann eben alles in diese Diskussion. Und da lesen natürlich auch Blogger mit und Leute, die Multiplikatoren sind und die sich natürlich auch dafür interessieren. Die greifen diese Themen auf, schreiben einen Artikel, der wird dann ab von der Community, also der von der Community gebildeten Theorien aufgreift und fortführt. Und diese Artikel werden dann erneut in den sozialen Medien geteilt und zur Argumentation herangezogen. Ein Beispiel nach den Terroranschlägen von Paris schaffte es jemand in der Nacht noch, ein langes Ding zu schreiben. Mit YouTube-Videos, fünf oder sechs YouTube-Videos und ich glaube 50 oder 60 Textverlinkungen. Und der stellte das am Morgen noch in den frühen Morgenstunden online nach dem Attentat. Also war wirklich nicht viel Zeit vergangen. Und das hat mich wirklich überrascht, wie jemand in so kurzer Zeit so einen gigantischen Schwurbel dahin klatschen kann. Und das Ding wurde dann auch wieder zur Argumentation herangezogen. Und da waren eben auch sehr viele Diskussionspunkte aus der einen Diskussion, ich glaube Facebook-Gruppe Reale Verschwörungen oder so war es gewesen. Die ist öffentlich, da kann man auch nochmal reingucken, wie man eben dort wiedergefunden hat. Also so passiert das im News-Zyklus und dann kam Corona. Oh Gott, es wurde alles anders. Es war, Corona war eine Bestätigung all dessen, was wir vorher schon mal erlebt haben. Ich habe mal versucht, das Ganze zeitlich so ein bisschen zusammenzufassen. Und einen kurzen Umriss zu geben, wie sich das uns dargestellt hat. Und zwar 5G war ja schon vorher ein Ding. Und wenn ihr uns schon auf Facebook und Twitter folgt, dann werdet ihr gesehen haben, dass wir schon letzten Sommer und im Frühjahr Postings hatten von Screenshots, in denen es dann hieß, ja 5G ist eine Militärwaffe und 5G soll uns alle umbringen. Und dann gab es die Geschichte, dass die Vögel vom Himmel fallen und dass das ein 5G-Test gewesen ist. Und wir müssen dagegen gehen und das soll irgendwie Herzinfarkte auslösen und hast du nicht gesehen. Und dann wurde im Oktober 2019 in Stuttgart demonstriert. Und dann kamen die ersten Meldungen über mysteriöse Lungenerkrankungen in China im Januar. Und dann wurde das irgendwie miteinander in Verbindung gebracht. Dann traten Verschwörungserzählungen auf, dass die Stadt Wuhan ein 5G-Testzentrum gewesen sei oder immer noch ist. Und die Symptome sind halt eben auf die 5G-Strahlung zurückzuführen. Das zerstört die Zellen und das macht den Kopf tot und das macht Mind Control und diese ganzen Geschichten. Und das hat sich dann so verbreitet in den deutschen Verschwörungsideologischen Gruppen. Da war eigentlich eher noch die Empörung über das 5G groß. Das Virus war eigentlich gar nicht so interessant. Das hat die eigentlich erst später interessiert. Aber erst war die Empörung über das 5G halt echt ziemlich groß. Weil auch da war wieder, wie bei Ebola, das Virus war halt weit weg. Aber dann war es plötzlich da. Und dann kamen die ganzen selbsternannten Experten und bekannte verschwörungsideologische Persönlichkeiten und haben halt ihren Senf dazu gegeben. Weil ich habe euch doch gerade was erzählt von diesem Informationsloch. Das heißt, wir haben eine Ist-Situation. Es ist was passiert und den Wunsch nach Information. Und wir haben aber noch keine Information. Aber in dieses Loch fallen diejenigen jetzt rein, die im Vorfeld schon ihre Verschwörungstheorien vorbereitet hatten. Weil diese ganzen Sachen zu Bill Gates und dem Impfen und das hören wir ja schon seit Jahren, seit ewigen Zeiten. Seit er sich engagiert hören wir uns das an. Und dann wurden irgendwelche Geschichten erzählt zwischen 2014 und 2016, dass in den USA FEMA-Camps aufgebaut werden, um die ganzen Ebola-Opfer dann sozusagen zu konzentrieren. So a la Concentration-Camp mäßig. Da wurden auch wieder Holocaust-Vergleiche gezogen und so der ganze Dreck. Und das ist das, was wir ja jetzt wieder auch erleben. Holocaust-Vergleiche sind auch echt wieder total en vogue. Könnt ihr euch erinnern, auf diese ungeimpfte Judensterne, mit denen sie rumlaufen, auf den Demos. Absolut widerliche Angelegenheiten. Und das ist ja jetzt inzwischen Gott sei Dank auch unter Strafe gestellt. Aber ich habe das gesehen und habe gedacht, ich falle von Glauben ab. Oder Impfen macht frei, wenn ich das schon höre, weil es dann dieses Bild durchgeteilt wurde mit dem Schriftzug Impfen macht frei. Also da sind sie wirklich großartig, wieder ihre Holocaust-Vergleiche zu ziehen und sich zu empören und zu sagen, oh Vorsicht, wir wollen jetzt hier nicht wieder unterdrückt werden. Und dann kamen, wie gesagt, die selbsternannten Experten und Kollegen wie der Wodak und der Jebsen und Xavier Naidoo. Oh Gott. Und später eben auch der Hildmann, als sie dann eben anfingen, am Rosa-Luxemburg-Platz zu demonstrieren, die halt eben alle was dazu zu sagen hatten. Und das war eben auch so diese Situation, in der die Menschen noch wünschen sich Antworten und wollten wissen, was passiert jetzt hier eigentlich, what the fuck is happening? Und war bei mir im Endeffekt nicht anders. Ich habe nichts anderes gemacht, die erste Zeit, als die Presseberichterstattung und alles zu verfolgen, damit ich up to date bleiben kann und das Ganze mit diesem ganzen Schwurbel abzugleichen, den ich monitoren muss. Und es war einfach mega anstrengend. Und dann ist es für Leute halt einfacher, wenn da jemand ihnen erzählt, ja okay, pass auf, easy going, ruhig bleiben. Und wir wissen im Endeffekt, dass da nichts Schlimmes ist und die Regierung belügt uns, weil die belügt uns sowieso schon die ganze Zeit. Und das kann halt, wie gesagt, nochmal diese gewisse emotionale Entlastung bieten. Und dazu kommt, dass wir gerade in der Anfangszeit widersprüchliche Handlungsanweisungen erhalten haben, was dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen in die Hände gespielt hat. Aber Hand aufs Herz, ich weiß nicht, ob ich es besser gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob ich es besser gemacht hätte, weil ich habe auch keine Glaskugel, mit der ich in die Zukunft gucken kann. Und gut, aber es war eine Möglichkeit für die Leute, ihrem Unmut Luft zu machen, indem sie einfach zum Beispiel auf den Share-Button drücken und diese Videos weiter zu verbreiten. Und so haben sie sich halt einfach auch massiv weiter verbreitet. Und auch ich hatte im Newsfeed bei Facebook von gemäßigten Freunden plötzlich irgendwelche Videos, die mir erklären wollten, dass da irgendein Plan dahinter steckt oder dass ein chinesischer Militär geleakt hat, dass das aus dem Labor entfleucht ist. Und die gleiche Geschichte wie bei Ebola. Wirklich. Die gleiche, eins zu eins, die gleiche Geschichte. Nur jetzt war halt eben, sie haben die ganze Zeit vor einer Pandemie gewarnt und jetzt ist die Pandemie da und jetzt können sie ihre ganzen Verschwörungstheorien ausbreiten und uns auf dem Silbertablett servieren und sagen, ha, 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 ich habe es doch gesagt. Und so läuft es Augen rollen. So, dann kam der Lockdown. Und schon vor Beginn des Lockdowns haben sie halt eben Panik gekriegt, dass innerhalb verschwörungsideologischer Gruppen wurde dann eben diskutiert, dass die Regierung die aktuelle Lage einfach ausnutzt, um uns die Grundrechte zu berauben und den totalitären Staat und die NWO einzurichten und zu beginnen. Und diese Deep-State-Verschwörungstheorien, die haben dann nochmal ein ganz anderes Level gekriegt. Die waren vorher eigentlich nicht so bekannt. Die Q1-Bewegung, die hatte ihren Zulauf, so war es nicht. Aber es war jetzt nicht so, die haben jetzt mega Zulauf gekriegt. Und da bleibt halt leider auch sehr viel hängen. Und Leute, also viele gehen rein, viele gehen wieder raus. Manche denken sich, oh, shit, das ist auch nicht das, was ich eigentlich wollte, gehen auch wieder raus. Aber viele bleiben halt eben hängen und schwappen dann über zu anderem verschwörungsideologischen Gedankengut. Und dann kam, wie gesagt, Bill Gates habe ich jetzt ja nur schon dreimal angesprochen. Aber das machte dann auch plötzlich wieder die große Runde. Und zwar in WhatsApp-Gruppen und in privaten Feeds und in privaten Kanälen und irgendwelche Bildleien, die dann mit Text versehen werden und einfach dann durchgeteilt werden. Und diese ganzen alten Verschwörungsmythen werden neu aufgelegt und einfach an die aktuelle Lage angepasst. Das ist etwas, was man auch wirklich immer und immer wieder sieht, egal bei was. Dann kam die Sache mit dem Mund-Nasen-Schutz. Und haben wir eine Maske, haben wir keine, nähen wir uns eine, nähen wir keine. Und dann wurde der Protest groß, einfach erst gar keine zu tragen. Es wurde auch bei vielen Leuten einfach so Ausdruck des Protestes gegen die aktuelle Situation. Das war die niedrigschwelligste und einfachste Möglichkeit zu sagen, ich habe keinen Bock auf den Scheiß, dass das gerade alles passiert. Dass das Virus zwar nicht beeindruckt, das sei jetzt einfach mal dahingestellt, aber für viele Leute war das halt einfach eine Möglichkeit des Protestes. Und ist das heute noch, das lese ich auch ganz oft in den Kommentaren, dass sagen, nee, ich sehe das nicht ein, ich lasse mir das doch nicht vorschreiben. Das ist ja die Sklavenmaske und so weit kommt es noch. Und jetzt soll mir noch die Identität genommen werden und wir zeigen unser Gesicht und so weiter und so fort. Und hier diese Sache Corona-Kuscheln, dass man sich auf Demos trifft und extra kuschelt mit Leuten, die positiv getestet wurden. No go, no way. Gut. Diese Demonstration haben wir ja inzwischen bundesweit. Das Ganze hat sich bedauerlicherweise auch ziemlich gewaltbereit gestaltet. Das macht mir persönlich auch gewisse Sorge. Es wurden politische Parteien gegründet, die mehr oder weniger erfolgreich sind. Aktuell eher weniger. Aber gut, die AfD war auch mal wenig erfolgreich und guck, wo sie gelandet ist. Weitere Prominente haben zunehmend mit verschwörungsideologischen Erzählungen Schlagzeilen gemacht. Ja, der eine auch mehr, der andere mal weniger. Aber dennoch haben sich Abgründe aufgetan, die auch sogar mich überrascht haben. Und die Angriffe auf die Pressevertreter. Eine Stimmung, die als wirklich sehr gewaltbereit zu bezeichnen ist. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch die letzten Male wirklich, ich habe einige Interviews und Drehtermine abgelehnt, die hätten auf Demos stattfinden sollen, weil mir das Eisen einfach zu heiß ist und mir das Risiko einfach zu hoch ist. Nicht nur, dass ich mich eventuell mit irgendwas infizieren könnte, sondern dadurch, dass ich mit einer Kamera unterwegs bin und dadurch, dass ich durchaus eine bekannte Persönlichkeit bin, sich da irgendjemand berufen fühlt, uns anzugreifen. Das ist dennoch eine Stimmung, die uns halt zunehmend mit Sorge erfüllt. Ja, dann gab es natürlich noch ihn, Präsidenten und Desinfektionsmittel. Herr Trump hat irgendwie eine ganz besondere Rolle gespielt in dieser ganzen Corona-Situation. Er war die Realsatire oder ist immer noch die Realsatire, über die wir zwar irgendwo herzhaft lachen können, aber die eine gewisse Gefahr birgt. Er war von Beginn an, hat er natürlich immer sein Fähnchen nach dem Winde gehangen, wie man das so schön sagt, und hat unwahre Aussagen über das Coronavirus verbreitet, seine Herkunft, mögliche Therapiemöglichkeiten. Zum Beispiel hat er gesagt, er verstehe das Virus intuitiv, er kennt sich damit sehr gut aus, und er wisse auch, dass das Virus Ende April auf magische Weise verschwinden werde. Das hat er dann so mit seinen Händchenwedeln, ja, wisst ihr ja, wie er das so macht, hat er das getan. Und könnt ihr nachlesen in der Washington Post. Und da gab es noch wesentlich mehr Aussagen. Ich meine, viele Journalisten und Politiker distanzieren sich davon, es wird davor gewarnt, seinen Tweets Glauben zu schenken, das ist halt echt ziemlich dangerous, wenn das der Präsident der Vereinigten Staaten macht. Und dann gab es die Geschichte mit dem Desinfektionsmittel. Und wir haben alle mega gelacht darüber, und ich habe mir aber auch gedacht, ich glaube nicht, dass es wirklich hier um Desinfektionsmittel geht. Und siehe da, ich wurde auch nicht enttäuscht. The Guardian hat nämlich recherchiert, dass Mark Raynon, das ist ein Erzbischof einer kommerziellen Mega-Church, und ein Produzent von MMS, Follower unserer Seite, wir wissen jetzt ganz genau, worum es geht, Mineral Miracle Supplement, an Trump herantat, um sein Produkt als Heilmittel anzubieten. Und er hat auch ein Care-Paket ans Weiße Haus geschickt. Und das war halt ein paar Tage, bevor Trump erzählt hat, ja, hätte ich hier was, Desinfektionsmittel und eventuell, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Das kommt aus dieser MMS-Sache. Das ist diese Chlorbleiche, die Schlagzeilen gemacht hat damit, dass Menschen das ihren Kindern als Einlauf verabreichen, um Autismus zu heilen. Dann trinken sie das und machen Bäder damit und alles Mögliche. Das soll Krebs heilen und Malaria innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden und Krebs innerhalb von wenigen Wochen. Und das ist das Wundermittel schlechthin. Und das kann zwischen guten und bösen Zellen unterscheiden. Das scheint offenkundig irgendeiner geheimen Intelligenz zu folgen. Ich weiß es nicht. Das ist totaler Blödsinn, aber das ist halt sehr gefährlich. Also da gibt es auch schon Todesfälle, ganz viele Vergiftungsfälle. Und zum Beispiel in diesen Foren, in diesen MMS-Foren, wenn Leute schreiben, wenn Leute tatsächlich von ihren Vergiftungserscheinungen schreiben, wenn sie das getrunken haben und dann noch die User dazu schreiben, ja, nee, das ist bloß, weil, keine Ahnung, die Bakterien absterben oder der Rope Worm in seinem Darm sich dagegen wehrt. Da denke ich mir, um Gottes Willen, Leute. Leute, please don't do it. Und das ist halt eben, das ist eben, davon sprechen wir jetzt hier, von dieser Desinfektionsmittel-Geschichte. Und die MMS-Fans, die feiern natürlich Trump total für diese Aussage. Und in den USA sind es ja diese Mega-Churches, die das Zeug auch vertreiben. Und Mark Rennon ist der größte Produzent. Und da gibt es noch einen gemeinsamen Geschäftsfreund der beiden, der da auch noch irgendwie mit irgendeinem anderen verbandelt ist. Also das ist alles höchst dubios und höchst dangerous. Und nachzulesen im Guardian und weiterführende Links sind eben auch enthalten. Dann könnt ihr alles googeln. Danach waren Todesfälle zu verzeichnen. Nachdem Personen begannen Chlorbleiche und industrielle Desinfektionsmittel zu trinken. Und es gab mehrere Geschichten. Da war zum Beispiel auch ein Ehepaar, das hat sich das getrunken. Und er ist verstorben. Sie hat, glaube ich, überlebt und hat dann noch gewarnt. Bitte auf keinen Fall den Tweets des Präsidenten Glauben schenken. Das ist total gefährlich. Bitte lasst es sein. Und keine Desinfektionsmittel trinken. Dann gab es Berichte, dass die Dame verstorben sei. Ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt. Ich hoffe, dass das nicht stimmt, dass die Dame noch lebt. Aber ein anderer Mann ist verstorben, nachdem er Desinfektionsmittel getrunken hat. Also bitte, bitte keine Desinfektionsmittel trinken. So. Dann haben wir ja aktuell eine sehr kritische Lage in den USA, die uns auch mit Sorge erfüllt. Und hier verhält sich Trump wirklich, indem er Öl ins Feuer gießt. Und er ist sehr polarisierend und rüpelhaft, um es mal freundlich auszudrücken. Also hier so die Protestler von der Kirche freizuräumen, damit er mit einer Bibel da passieren kann, auch noch mit einer fremden Bibel großartig. Das ist schon fast diktatorisch. Und er ist einfach der Heilsbringer für viele extremistische, religiöse und verschwörungsideologische Gruppen. Auch hierzulande lese ich immer wieder Kommentare. Trump wird uns heilen. Trump wird uns Frieden bringen und so weiter. Er ist allerdings nicht der Heilsbringer und nicht der Friedensbringer. Wir sehen hier tatsächlich eher eine Bereitschaft zur Waffengewalt, die sich da unter diesen Gruppierungen ausbreitet. Und sein privater Kleinkrieg mit Twitter dauert zur Stunde noch an. Sein Account ist derzeit als gewaltverherrlichend gekennzeichnet. Trump ist stinksauer. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also ich habe noch keine News geguckt. Mal gucken, ob er gesperrt wird oder nicht. Es bleibt abzuwarten. Wir haben schon viele Geigenhumorscherze gemacht, ob der Dritte Weltkrieg nicht wegen Social Media ausgelöst wird. Und plötzlich ist es soweit. Aber das ist jetzt die Überleitung zu einer Folie, die mir einfach mega, mega wichtig ist, weil wir über stochastischen Terrorismus sprechen müssen. Jetzt fragt ihr euch vermutlich, what the fuck ist stochastik? Das ist, also als stochastisch werden Ereignisse und Ergebnisse bezeichnet, die bei Wiederholung desselben Vorgangs nicht immer, bisweilen sogar nur manchmal eintreten und deren Eintreten für den Einzelfall nicht vorhersagbar ist. Also sprich eigentlich auch Zufall, Chaos. Und wir wissen nicht, ob und wann. Und wir haben in der verschwörungsideologischen Szene, in Gruppen oder auch durch solche Hassreden wie von der AfD und von Trump und von anderen extremistischen Gruppierungen ein Klima der Angst, des Zorn und des Hasses, das da geschaffen wird. In dem sich einzelne Personen dazu berufen oder befähigt sehen können, die angeprangerten Umstände mit Gewalt zu ändern. Wir mal im kleinen Beispiel erleben es immer so um den 8. Mai herum, wenn sich ein paar Rechte vor dem Reichstag versammeln und sagen, ja, wir wollen jetzt die Regierung stotzen. Dann nehmen wir die Merkel gefangen und dann kriegt sie ein faires Verfahren und so. Das ist sozusagen im Kleinen, aber das sind alles nur so Kleingruppierungen. Und jetzt plötzlich wächst das alles zusammen. Und diese verschwörungsideologischen Online-Gruppierungen, das kann man sich nicht wie die klassische Neonazi-Zelle vorstellen oder die Salafisten-Zelle. Das ist jetzt nicht so, dass da eine Bewaffnung über die Organisation stattfindet oder Rekrutierung durch ausgewählte Personen, die sich da in irgendwelche Gruppen einschleichen, um Aktivleute abzuwerben. Oder wie gesagt, Jugendliche abzuwerben, die sich auf einer persönlichen Lebensfindung, Lebensfindungsweg befinden und zu sagen, hier, komm zu Gott oder so. Das ist eine ganz andere Sache. Das ist eher eine Interessensgemeinschaft, wie gesagt, eine Online-Community, in der Hass und Zorn geschürt wird, in der man sich auch regelmäßig an die Gurkel geht mit Beschimpfung und Beleidigung. Aber man findet sich, ich habe ja vorhin über Spaltung geredet, die Leute vereint in der Sache. Das ist genau das, die sind in der Sache vereint. Und wir haben jetzt ja auch eine Situation durch die Corona-Lage und durch die Demonstrationslage, dass sich so unheilige Allianzen gebildet haben und dass man sich auf Hygiene-Demos trifft und überhaupt auf Demos trifft, wo man normalerweise niemals zusammengearbeitet hätte. Aber es geht um den Widerstand gegen den Staat. Und das ist der Widerstandsgedanke, der einen eint. Und dann ist es auch egal, dass man sonst eigentlich an anderen Lagern steht. Und das gibt dem Ganzen halt einfach noch ein bisschen mehr Impact. Die Radikalisierung in diesen Fällen oder in diesen Online-Gruppierungen allgemein findet eher über die allgemein zugänglichen Inhalte und den Zuspruch der Community statt. Das ist so, dass man sich halt einfach empört und sich immer wieder damit auseinandersetzt, dass man die Schnauze voll hat. Und das ist so hochgeschaukelt dann. Und man äußert seine Wut in der Gruppe und jemand anders sagt, ja genau, so ist das, da müssen wir was machen. Und wenn dann mal was passiert, zum Beispiel Halle oder Hanau, dann werden diese Täter absolut glorifiziert und werden in den Himmel gehoben und gesagt, er ist der Held und er hat toll, dass er es gemacht hat und super. Und das ist fast auch wirklich schon so ein Märtyrer-Glaube. Das motiviert dann wieder andere Menschen, tätig zu werden und sich Waffen zu besorgen und schreckliche Dinge zu tun. Und deswegen finde ich, dass an sogenannten Einzeltäter-Taten, das sind keine Einzeltäter-Taten, da ist indirekt im Background eine ganze Community beteiligt. Das ist der Geist, der dort vorherrscht. Und wenn das auf Menschen trifft, die vorbelastet sind auf irgendeine Art und Weise, kann das eine explosive Mischung sein. Aber trotzdem, das ist eine Riesenherausforderung für Aufklärer, die die Szene beforschen. Also für uns zum Beispiel. Sowie für die Strafverfolgung, Justiz- und Präventivarbeit. Weil das sind Gruppen von mehreren 10.000 Mitgliedern. Und davon gibt es nicht nur eine Gruppe. Und da die eine Person rauszufiltern, die eine Gefahr darstellen könnte und wie sich Waffen organisiert, das ist sehr erschwert. Das ist ein Ding, ich will nicht sagen, der Unmöglichkeit, weil absolut nichts ist unmöglich. Irgendwann werden wir schon was erfinden. Aber es ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, das Bewusstsein ist noch nicht so da für die Möglichkeit dieses stochastischen Terrorismus. Das ist übrigens auch kein Begriff von mir. Den hat auch jemand anders, ich will nicht sagen erfunden. Aber ich finde, er bezeichnet das Ganze sehr gut. Und das ist die Lage, die wir jetzt haben. Als es passiert ist mit Halle, wurde ich ganz oft als Expertin angefragt und für Interviews gebeten. Und die Leute haben gesagt, wie kann das passieren? Und wieso? Und warum? Und weshalb? Und ich habe gesagt, also Entschuldigung, ich bin echt kein Mensch, der sagt, ich habe es ja gesagt, aber ich habe das jetzt seit fünf Jahren gesagt, dass das passieren kann. Und jetzt ist es passiert. Und dass wir das ernst nehmen müssen, dieses verschwörungsideologische Gedankengut, dass das einfach durchzogen ist von Hass. Das funktioniert über Hass und über Emotionalität. Und es funktioniert darüber, Vorurteile, die in Menschen bestehen, oder Ressentiments, die im Vorfeld schon geschürt wurden, noch weiter zu verstärken. Und den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie jetzt was tun müssen, ansonsten ist alles vorbei. Und sie haben die Macht und sie haben die absolute Legitimation, es zu tun. Und das ist saugefährlich. Und deswegen sind wir ja auch hier, um heute darüber zu sprechen, damit jeder, der uns jetzt zuhört, vielleicht mal einen Moment in sich gehen kann, überlegen kann, wann habe ich mich in meinem Leben schon mal so gefühlt? Wann hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass ich irgendwas tun muss, um mir die Hand auf den Tisch zu schlagen? Bin ich da vielleicht eventuell einer Agenda gefolgt? Woher kam dieses Gefühl? Woher kann ich mich noch erinnern, was ich damals vielleicht im Netz gelesen habe, was mich so fürchterlich aufgeregt hat? Dann kann man nämlich weitermachen. Und dann kommen wir jetzt erst mal zu meiner letzten Folie, bevor ich dann später übergebe an Rüdiger. Denn das ist der wichtige Punkt. Wir müssen cool bleiben und Fakten checken und nachdenken. Und wenn wir mit Verschwörungstheorien und Fake News umgehen, haben wir drei folgende Stützpfeiler. Und die haben sich echt bewährt. Und zwar auch in dieser Reihenfolge. Besonnenheit. Ich habe am Anfang schon gesagt, nicht jeder, der mal auf eine Fake News hereinfällt, ist gleich ein blühender Verschwörungsideologe. Irren ist menschlich, vielleicht ist er einfach nur auf eine Fake News hereingefallen. Ganz respektvoll bleiben und fragen, ey, weißt du, was du da teilst? Hast du dir das schon mal angeguckt, schon mal irgendwie gecheckt? Ich habe hier schon mal ein Faktencheck für dich gemacht. Oder ich habe hier einen Artikel, da steht, dass das alles Blödsinn ist. Und Faktencheck, das ist auch etwas, was super wichtig ist. Nicht nur, um gegen Verschwörungstheorien zu argumentieren, sondern natürlich auch, um selber nicht auf Fakes hereinzufallen. Prüfe stets, was du teilst und checke deine Meldungen. Und checke Meldungen, die deine Freunde und Bekannten teilen, wenn sie dir suspekt vorkommen. Ganz wichtig. Vielleicht hat auch schon eine große Faktencheck-Seite, was du geschrieben hast, Mimikama, Korrektiv, Faktenfinder der Tagesschau. Das sind echt gute Seiten, die geben alle ihre Quellen an. Und da hast du schon mal eine gute Recherchegrundlage und kannst weiter recherchieren. Ab diesem Punkt werde ich nicht mehr über den Faktencheck sprechen, weil da wird Rüdiger jetzt gleich einen ganzen Vortrag dazu halten. Und das will ich natürlich nicht vorweggreifen. Aber die Selbstreflexion. Das ist wichtig. Wir haben jetzt ein bisschen über Psychologie gesprochen. Und dass Menschen, die eventuell ideologisch vorbelastet sein könnten, davon angesprochen werden, Menschen, die sich in einer Krisensituation befinden, etc. Wenn du ein Fake entlarvt hast und dich immer noch von ihm angesprochen fühlst, vielleicht gibt es dir eine emotionale Sicherheit oder eine Antwort auf irgendwas, irgendein Gefühl, das du gar nicht so richtig in Worte fassen kannst, dann geh mal in dich und reflektiere, was das sein könnte. Was könnte dich da eventuell ansprechen? Wieso will ich das glauben, dass es wahr ist, obwohl man einen Faktencheck ergeben hat, dass das totaler Blödsinn ist? Welchen Mehrwert habe ich davon? Und das kann eine Aufgabe sein, aber es ist eine gute Aufgabe. Und es ist etwas, das einem viel über sich selbst verrät und einem viele Möglichkeiten gibt, einen Erkenntnisgewinn zu haben über sich selbst und über die Welt, wie sie funktioniert. Und mir persönlich hat es sehr zum Vorteil gereicht. Diese Selbstreflexion war der erste Weg für mich in die Freiheit nach dem Sektenausstieg. Und das war auch der Schlüsselmoment, das möchte ich euch vielleicht auch noch mitgeben, aus meiner Sektenausstiegstherapie, als meine Therapeutin zu mir sagte, du musst nicht nach Gott suchen. Deine Mutter hat diesen Glauben für dich entschieden. Das war nicht deine Entscheidung. Du kannst ihn jederzeit wieder ablegen. Es ist nichts Schlimmes dabei. Und das habe ich getan. Ich bin da raus und es war ein Eye-Opener für mich. Es war mind-blowing. Und genauso kann jeder, der mal auf eine Verschwörungstheorie reingefallen ist oder der aus dem verschwörungsideologischen Weltbild aussteigen möchte oder aus der Alternativmedizin oder auch aus dem Rechtsextremismus, ihr könnt jederzeit gehen. Ihr braucht euch vor nichts zu schämen. Nicht vor euch selbst, nicht vor uns und nicht vor der Welt. Denn wahre Größe zeigst du, indem du deinen Fehler eingestehst und ihn nicht wiederholst. Und damit es nämlich gar nicht erst so weit kommt und du nur auf den ganzen Mist hereinfällst, kommen wir dann gleich zu Rüdiger. Aber das war mein Vortrag. Let's make facts great again. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, vielen Dank. Das war für mein Dafürhalten natürlich neben dem lebendigen und durchwachsenden Chat auch, den wir hier moderieren und in dem wir auch gut versuchen abzuwägen, ein Vortrag, der mich deswegen beeindruckt hat, weil er sehr persönlich und sehr mutig aufgedeckt hat, mal diesen ganzen Reigen an, was es eigentlich gibt. Es gab vereinzelt Kommentare, dass man jetzt hier sozusagen vertieft in die Logik oder die Denkweise sozusagen einsteigen müsste. Das ist, glaube ich, in dem Format im Moment nicht möglich. Nicht, leider nicht möglich. Genau, wir werden jetzt ein paar Fragen aufdecken oder mal ein bisschen hervorheben. Ja, mach mal. Und ich habe eine ganz zentrale Frage am Anfang, die ist vielleicht ein bisschen allgemein, lässt sich aber vielleicht noch differenzieren, wenn wir gleich ins Detail gehen. Es geht ja viel darum, sozusagen dieses Vertrauensverhältnis in Quellen und dieses Vertrauensverhältnis in, sagen wir mal, die Berichterstattung auch zu hinterfragen. Also ich meine, wenn ich mich sozusagen damit auseinandergesetzt habe, was kriege ich hier geboten an Informationen, was kriege ich auf der anderen Seite geboten an Informationen aus irgendeiner anderen Quelle. Warum glaubt ihr oder warum glaubst du, ist dieses Gefälle so groß, dass man jetzt sagt, okay, ARD, die also die Quellen offenlegen, wo klar ist, da stehen vielleicht wissenschaftliche Studien dahinter und auf der anderen Seite ist eine Einzelstimme im Netz, die durch die Algorithmen und Echoeffekte im Netz viele Stimmen bekommt, wird dann so stark ungleichgewichtet, also im Zweifelsfall in favor of so einer Einzelstimme. Wie würdet ihr das sozusagen bewerten, diesen enormen Unterschied, wenn man sagen würde, aus meiner Perspektive, klar, da stehen Studien dahinter, da stehen Institute dahinter, da stehen Professoren, da stehen Professoren dahinter und so weiter. Denn es ist ja nicht so, dass gleichzeitig die komplette Wissenschaft im Zweifelsfall immer in allen Verschwörungstheorien über den Haufen geworfen wird. Ja, natürlich, das ist eben, das ist ja auch das Megafiese an Fake News, dass sie meistens einen wahren Kern enthalten, der die Leute abholt. Dieser wahre Kern holt die Leute ab und da wird dann die Verschwörungstheorie drum herum gesponnen und mit weiteren ganz vielen Fakes belegt, dass es die Person auch total erschlägt. Nun ist es auch so, wie ich ja schon sagte, Verschwörungstheorien arbeiten mit Emotionen und sie holen dich emotional ab. Und das macht zum Beispiel eine Newsberichterstattung von der Tagesschau nicht. Und da wird faktenbasiert berichtet und dort wird die Ist-Lage dargestellt und dort wird nicht versucht, dich irgendwie emotional zu triggern oder dich für irgendeine Agenda zu gewinnen. Dieser Lügenpressevorwurf, der von dem Staat kontrolliert wird, um da irgendwelche Staatspropaganda voranzutreiben, das ist einfach totaler Blödsinn. Das ist ja eigentlich eher das, was die Verschwörungsideologen machen und dass sie halt eben keine Staatspropaganda vertreiben, sondern ihre eigene Agenda. Sie wünschen sich einen Impact, einen gesellschaftlichen Impact, einen politischen Impact. Sie wollen, dass ihr mit ihnen auf die Demos geht und dass ihr euch den Mundschutz abnehmt und euch knuddelt und den ganzen Scheiß verbreitet, nur um zu zeigen, dass sie Recht hatten. Und das ist halt einfach mal bei einer Berichterstattung bei der Tagesschau oder beim ZDF nicht gegeben. Das wäre vielleicht eventuell bei der BILD fast, also ähnlich. Also ich bin dann kein Freud der BILD. Wir haben ihr ja einen Award verliehen in Medien und Blogs. Also es ist Preisträger bei uns für ihre tendenziöse Berichterstattung. Ich meine, auch die sind echt absolut mega grenzwertig und streckenweise widerlich. Aber da, dass diese verschwörungsideologische Agenda, die ist halt einfach nicht gegeben. Aber das triggert die Leute, das gibt ihnen, wie ich schon sagte, das Gefühl, sie können jetzt was tun. Sie haben jetzt die Möglichkeit, was zu machen, sich anderen Leuten anzuschließen. Und mit etwas Glück erreicht man die kritische Masse und hat dem Staat gezeigt, wo der Frosch die Locken hat und ändert das Gesetz oder was auch immer. Und we will see what the future brings. Ja, das ist so ein Stichwort, wo der Frosch die Locken hat. Da geht es ja darum, sozusagen, wer hat die Deutungshoheit? Wer hat sozusagen, wer hat mehr das Recht, als jemand anderes zu sagen, was ist wahr? Und jetzt habe ich hier den letzten Kommentar gerade gesehen, wir hätten also die Wahrheit mit Löffeln gefressen und so. Das ist, ich verstehe diese emotionale Reaktion, aber ich würde gerne noch mal unterscheiden, wenn wir vielleicht gleich auf die Einzelfragen eingehen, wie unterscheidet ihr zwischen einer begründeten Meinung und sozusagen Fake-Glauben? Weil ich glaube, es geht jetzt nicht so um dieses dicke Ding Wahrheit. Wer hat irgendwie das Recht, die Wahrheit zu sagen? Da kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Aber die Frage ist, wenn man die Vorstellung versucht, sich hineinzuversetzen in diese Logik der unterschiedlichen Perspektiven oder extremen Perspektiven, muss man sich vielleicht vorstellen, welche, also beziehungsweise als Gegenmodell, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer spontanen Meinung oder einer Meinung, die irgendwie hergeflogen kommt und einer begründeten Meinung? Und darauf würde ich dich bitten, vielleicht noch mal ein bisschen einzugehen. Das können wir nachher... Würde ich echt ungern tun, dass ich Rüdiger seinen Vortrag nicht wegnehme. Ist das okay? Ist das Rüdigers Vortragsthema? Weil, wie gesagt, der Hauptunterschied ist einfach, dass man mit Fakten belegen, dass man seine Meinung mit Fakten belegen kann. Mit Studien, mit nachweisbaren Dingen, mit validen Daten und es nicht einfach nur eine Meinung ist, ein Rant ist. Gut, ich kann auch in den Rant Quellen einbringen, aber ein Rant ist halt doch immer noch ein bisschen eine emotionalere Geschichte. Hier geht es auch um einen wissenschaftlichen Diskurs auf einen faktenbasierten Diskurs. Er darf auch gerne hitzig sein. Oh Gott, ich liebe es auch zu diskutieren. Und es ist auch ganz wichtig und gut und richtig und davon lebt ja diese Welt. Und der Erkenntnisgewinn lebt ja einfach auch von einer fruchtvollen Diskussion. Und wenn man nur mit Totschlag-Argumenten um sich haut, dann ist das das Ende einer fruchtvollen Diskussion. Aber wie gesagt, Fakten und gut recherchierte Fakten und wissenschaftliche Studien und einfach Dinge, die du belegen kannst. Um mal, ich glaube, ich muss wieder ein paar Cent gleich in meine Swear-Jars werfen, aber um mal Star Trek zu zitieren, ja, wenn ich auf einem Planeten mit positiver Gravitation einen Hammer fallen lasse, dann muss ich nicht sehen, dass der Hammer fällt. Ich weiß, dass der Hammer fällt. Das ist Science. It works, bitches. Und darüber wird halt eben Rüdiger mit euch sprechen. Und verschwörungsideologisches Argumentationsgut, nenne ich es mal, das ist einfach an der Basis relativ schnell zerpflückt. Also, da mag natürlich ein Fake News einen gewissen wahren Kern enthalten, aber du kannst diesen ganzen anderen Kram kannst du relativ leicht debunken, wie wir das so schön nennen. Da kannst du dann einfach den ganzen Scheiß wiederlegen und da kannst du das abderlegen. Aber wie gesagt, ich möchte Rüdiger nicht allzu viel vorwegnehmen, das ist nicht fair. Ja, okay, ich freue mich drauf. Jetzt steht hier, warum werden alle Verschwörungstheorien gleich behandelt anscheinend? Und also, wie differenzieren wir zwischen diesen Verschwörungserzählungen am besten? Da, ja, pass auf, es gibt etwas, das ich als Multischwurbel bezeichne. Multischwurbel ist etwas, das Verschwörungsideologien einfach miteinander verwebt. Sie sind ja auch miteinander verwoben. Sie sind wie ein Pilzgeflecht im Waldboden. Es gibt ein paar Hotspots, wo die Pilze dann halt eben nach oben rauskommen. Erstmal die Chemtrails, dann hast du mal den Reichsbürger und dann hast du vielleicht mal den Impfgegner und so. Aber irgendwie sind sie untereinander, irgendwo miteinander verwoben. Sie treffen sich auch alle, aller spätestens an dem Punkt, dass da eine Weltverschwörung dahinter steht. Sie sind einfach Subtheorien der absoluten, obergeordneten Verschwörungstheorie um die Weltverschwörung. Und innerhalb dieser Haupttheorien gibt es dann wieder Subtheorien, wie eines Baumes, eines Evolutionsbaumes gleich, Schwubolutionsbaume, wunderbar, eines Schwubolutionsbaumes gleich, gehen diese Enden und diese Arme dann weg und verzweigen sich halt eben in verschiedene Subtheorien, die durchaus auch sich selbst miteinander überschneiden und überkreuzen können, auch wenn sie Widersprüche, als eigentlich widersprüchlich zueinander sind. Ich habe mal als schönes Beispiel in einer Flacherdegruppe ein gezeichnetes Bild gesehen von jemandem. Der hat einen Kegel gezeichnet und sagt, okay, pass auf, die Erde kann gleichzeitig hohl und flach sein und zwar ist das dieser Kegel, der ist rausgebrochen aus irgendeinem großen Stück Asteroiden oder anderen größeren Planeten, auf dem leben wir und der ist flach und innen drin ist dieses Ding halt eben hohl. So. Und da passiert all das, was man der Hohlwelt nachsagt. Also man kann, wenn man will, das alles schon irgendwie in Einklang bringen und grundsätzlich, gut, im Debunking ist es natürlich auch mega wichtig, streckenweise unter diesen Verschwörungstheorien zu unterscheiden, weil da jeder manchmal auch einer anderen Argumentation folgt und zu gucken, wo haben sie Überlapp, wo haben sie keinen Überlapp, wenn sie dort Überlapp haben und dort nicht, wieso hat diese Gruppierung den Überlapp und die andere wieder nicht? Das ist wieder so ein bisschen Feldforschungsarbeit, die man da betreibt und dafür haben wir ja auch ein Team, die das alles monitoren und überwachen und gucken und manchmal sitzt man wirklich tagelang in einer Recherche, nur um einen dämlichen Screenshot zu verifizieren als Schwurbel. Also das ist jetzt nicht so, dass wir immer nur was sehen und sagen, oh mein Screenshot, das stimmt nicht und ab, raus auf unsere Facebook-Seite. Also da ist echt ein Haufen Zeug, wo wir uns auch erstmal hinsetzen und nachrecherchieren und diskutieren und sagen, hat das stattgefunden, hat das nicht stattgefunden. Wir haben in unserem Team Physiker und Chemiker und eine Historikerin und wir sind schon relativ gut aufgestellt und können zu vielen Bereichen was sagen und haben super Networking, über den wir auch nochmal nachfragen können und sagen können, ey Leute, könnt ihr uns hier mal bei einer Nachrecherche weiterhelfen? Also das ist nicht leichtfertig, weil auch immer in die Argumente kommen, ja, ja, macht ja immer gleich alles nur Verschwörungstheorie, also alles vielleicht Schwurbel und nee, so ist es halt eben nicht, aber wir kennen halt auch unsere üblichen Verdächtigen. Das heißt, gewisse Sachen erkennst du auf den ersten Blick und da muss ich auch nicht mehr nachrecherchieren. Okay, ja, hier gibt es noch eine ganz konkrete Frage und zwar Thomas fragt, hey Goldner Aluhut, erklärt uns doch mal, um was es in den geliebten Clinton und Podesta E-Mails geht. Über was unterhalten Sie sich da denn genau? Könnt ihr uns Aluhüte da mal was aufklären? Danke. Ja, das können wir gerne tun, aber jetzt hier nicht on the fly. Ich habe hier nichts um euch eine Live-Recherche. Tut mir leid. Wo kann man denn so Informationen finden über eure Arbeit, wenn man sich dafür interessiert? Kann man sich da mal melden? Ihr könnt auf unsere Webseite gehen, dergoldeneraluhut.de, guckst in die Ansprechpartnerliste und schreibst einen unserer Ansprechpartner an. Ja, schreibst mich an oder Rüdiger an. Wir, kein Problem, wir treten in Kontakt, wir machen das. Das ist jetzt on the fly einfach auch ein bisschen schlecht, weil ich hier in einem extra eingerichteten nur für diesen Stream sitze und meinen Arbeitsrechner nicht an Start habe. Sorry. Jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal, wir haben jetzt natürlich eine aktuell total brisante Situation, das haben viele erkannt, in der sozusagen diese Theorien auch mal Aufwind bekommen aus verschiedenen Gründen, aber warum? Also welche genauen Gründe oder welche spezifischen Gründe würdest du sehen, warum legt jemand die Maske ab? Silvia fragt, mich würde interessieren, warum gerade jetzt bei Corona so viele diesen ganzen Theorien anhängen. Das ist diese Krisensituation, in der wir uns gerade befinden und die Situation der Angst und der Unsicherheit. Und, weißt du, die Welt hat das schon total oft gesehen. Wir hatten schon ganz viele Seuchen und wir hatten schon ganz viele Kriege und Krisen und es gab schon ganz viel Kackscheißung. Und wenn wir in die Geschichtsbücher gucken, können wir uns erinnern, dass da oft Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen und Erzählungen und Schuldzuweisungen, ja, zu damaligen Zeiten dann immer es eher Schuldzuweisungen existierten, die sie investiert haben. Beispiel die Pest, Judenbrunnenvergiftung, das ist ein ganz klassisches Beispiel. Und Menschen haben sich in Krisen auch ganz oft zu Gott gewandt. Und diese Hiobs-Geschichte, also als Ex-Zeuge in Jehovas, das ist halt einfach auch so ein Beispiel, das mir zuerst einfällt, diese Hiobs-Geschichte, so fluche Gott und stirb. Nein, er hat ausgeharrt und er hat weitergebracht, sich Gott unterworfen. Und Gott ist aber nicht mehr so im Trend. Wir haben jetzt andere Glaubenskonstrukte und ganz oft ist der Glaube an Verschwörungserzählungen, dem Glauben an Gott gewichen, weil Verschwörungserzählungen vordergründig den Anschein der Wissenschaftlichkeit erwecken. Und das Gefühl vermitteln, man würde halt einfach geheimes Wissen erwerben, das sonst nicht jeder hat. Und du hast das begriffen und dann bist du was Besonderes. Und du bist nicht der Mainstream, du möchtest dich abheben. Und wir wollen ja alle auch irgendwo unsere Spuren in dieser Gesellschaft hinterlassen. und für viele ist das einfach momentan nicht möglich in einer Welt von 7,8 Milliarden Menschen, in denen wirklich jeder die Möglichkeit hat, sich gleichwertig zu äußern im Internet. Also wir haben eine Kakophonie der Meinungen und das gibt vielen Leuten das Gefühl, dass sie einfach nicht gehört werden. Aber indem man die Maske ablegt, ist es eine Form, seinen Protest zu zeigen und gesehen zu werden. Und es ist eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass für mich die Welt weiterhin in Ordnung ist. Das kann ich sogar streckenweise nachvollziehen. Glaubst du, ich habe Bock, die Maske draußen zu tragen? Ey, es ist super Sunshine. Ich meine, der einzige Vorteil ist, dass du dich nicht komplett schminken musst. Aber es ist tolles Wetter und du hast Masken. Natürlich ist das scheiße, aber wir tragen die Maske, weil es unserer aller Sicherheit dient. Für viele ist es, viele sind natürlich auch schon ein bisschen tiefer drin in der Radikalisierung und lehnen das Virus komplett ab und sagen, es existiert gar nicht. Es ist eine Lüge der Medien. Ich habe noch keinen Corona-Toten gesehen. Das ist auch so das Perfide. Jetzt, wo die Maßnahmen funktionieren und wir die Erfolge sehen, haben wir sie ein bisschen zurückgenommen. Jetzt haben wir sie zurückgenommen. Die Leute halten sich nicht mehr alle richtig dran. Wir sind hier zu Massen auf dem Landwehrkanal rumgechillt und die Reproduktionsrate steigt wieder hoch. Aber in der Zeit, in der wir einfach nicht so viele Fälle hatten, in denen es nicht so dramatisch war, wir haben hier keine Leichenberge auf der Straße gehabt in Berlin, wie in New York oder wie in Bergamo oder in Südamerika, wo die Toten auf der Straße lagen und nicht abgeholt wurden. Hier fällt es uns leicht zu sagen, das existiert ja alles gar nicht, weil wir selber nicht betroffen sind und vielleicht sind wirklich nur Einzelfälle dabei, also Einzelfälle der breiten Masse, die jemanden im Familienkreis hatten, der an Covid-19 verstorben ist. und da hat man Erfolg mit seinen Eindämmungsmaßnahmen und es wird einem noch vorgehalten. Es wird gesagt, das Virus existiert nicht. Also da gibt es echt verschiedene Gründe, diese Maske abzulegen, je nachdem, wo man halt eben einfach steht jetzt, gerade in diesem Moment der Krise mit seiner Angst und Sorge und ja, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht geht es euch ja gerade selber so. Jetzt habe ich noch eine Frage reinbekommen und zwar, das immer in letzter Zeit häufiger Hate Speech der politischen Korrektheit, also aufkläre, jetzt brauche ich das Dokument nochmal, aber ich habe nämlich ja Unterstützung technisch. Ja, also kein Problem, lass durch Zeit. Hier fährt auch gerade ein RTW vorbei, es ist Live Action, Live Action, Live Stream. Ich beobachte in letzter Zeit, jetzt ist es wieder weg, müssen wir da rein, häufiger Hate Speech der politischen Korrektheit, also aufklärerischen Impuls mit hasserfüllter Kommunikationsstruktur. Wie kann man damit umgehen? Hast du ein Nachvollziehung? Ja, ich kann super nachvollziehen, was ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Das ist, viele schießen über das Ziel hinaus, wenn sie Gegenrede leisten. Das ist nicht zielführend. Ich bin ein großer Freund davon, wie gesagt, immer respektvoll zu bleiben. Also ich mag es nicht, den Leuten kleine Alu-Hutkeule aufzudrücken, ja, und du Schwurbler, du Depp, du Idiot, du Verschwörungstheoretiker. Wir sagen in der Künstlerszene, also ich mache auch ein bisschen Illustrationen nebenher, wir sagen in der Künstlerszene, man soll seine Kritik vorbringen, like a cookie, ja, comment like a cookie, wrapped in chocolate, also umhülle deine Kritik bitte in Schokolade, fange freundlich an und sage der Person zum Beispiel, ey, ich finde es super, dass du dir Gedanken machst und finde ich ja große Klasse. Und dann kommt die eigentliche Kritik, aber vielleicht war das doch ein bisschen zu harsch und guck mal, er hat vielleicht eigentlich eher eine Frage hierzu oder dazu, ich habe da mal was recherchiert, ich habe da mal was geguckt oder nimm dir auf jeden Fall auch Zeit für einen Kommentar. Wenn du siehst, dass jemand, der eigentlich aufklärerisch kommentieren wollte, das Ziel hinausgeschossen ist und rumgeekelt und rumgestänkert hat, übernimm du den Part der Freundlichkeit und zwar Wrapped in Chocolate. Wie gesagt, sei freundlich, bring deine Kritik vor, sachlich, fundiert, recherchiert, nimm dir Zeit für deinen Kommentar und schließ das Ganze auch nochmal ab, vielleicht mit einem lieben Gruß oder bleib gesund oder alles Gute. Ich finde, es gibt keinen Grund, eklig und persönlich beleidigend zu werden, wenn er dir nicht gerade einen Dick-Pick geschickt hat. Also ihr wisst, was ich meine, ist, wir sollten alle noch die Regeln in gutem Anstand der Kommunikation wahren. Vor allem im Internet, mir gefällt es auch nicht, weil ich versuche, auch immer möglichst freundlich zu bleiben oder die Diskussion dann halt eben gleich zu meiden, wenn ich sehe, es bringt nichts. Aber diese Art und Weise, aufklärerisch zu pöbeln, finde ich not nice. Finde ich auch nicht zielführend und nimmt unserer Botschaft, ehrlich gesagt, auch die Seriosität. Und ich habe irgendwie manchmal ein bisschen Sorge, weil so viel aufklärerisch gepöbelt wird, hört man uns irgendwann nicht mehr zu. Deswegen hoffe ich, dass ihr in meinem Vortrag eher das Gefühl gehabt habt, dass wir uns über die Menschlichkeit auch unterhalten und über das, was dahinter steckt, was Leute da antreibt und vielleicht habt ihr euch in manchen Punkten wiedererkannt, nicht im Verschwörungsideologischen, sondern in anderen Lebensbereichen und könnt deswegen besser nachvollziehen, was in jemandem vorgeht, der mal auf eine Fake-News hereinfällt. Und wenn jemand zuguckt, der selber in einem verschwörungsideologischen Elternhaus lebt, mit Eltern, die vielleicht an alternativmedizinischen Mist glauben oder, also wenn ihr noch nicht volljährig seid, gibt es Möglichkeiten, euch zu helfen. Könnt euch an uns wenden, wir haben Kontakt, das ist kein Problem. Auch wenn ihr mal jemanden zum Reden braucht, sind wir da. Und es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, dass ihr für euer eigenes Leben eure Entscheidungen treffen könnt und dass ihr nicht den Glauben eurer Eltern übernehmen müsst. Egal, ob das ein Gottglaube ist oder ein Gottglaube an Verschwörungstheorien oder ob sie Impfgegner sind. Ihr habt das Recht auf eure eigene Meinung und ihr seid eigenständige Persönlichkeiten und das solltet ihr verinnerlichen, ganz egal, wie alt ihr seid, damit ihr nicht, wie ich, das Ende 27. Lebensjahres braucht, um euch von eurer Mutter zu lösen. Wie gesagt, also es ist very important to make facts great again, dass wir unsere Fakten checken und über uns selbst reflektieren, was das eigentlich in uns auslöst, was wir da gelesen haben und wie wir damit umgehen. Und da bin ich, glaube ich, schon am Ende meiner Zeit oder haben wir noch eine Frage? Wir haben noch eine einzige Frage. Ja, komm. Zwei Sätze und dann mache ich ein kurzes Wrap-up und wir können überleiten zu deinem Kollegen Rüdiger. Warum, ganz kurz, sind manche Menschen anfälliger für Verschwörungstheorien als andere? Ganz kurz, geht leider nicht, aber beantworte ich trotzdem, weil es eine mega wichtige Frage ist. Es gibt auch so etwas wie die ideologische Vorbelastung und es gibt so etwas wie, dass man vielleicht selber schon Opfer von Verfolgung gewesen ist oder in einem totalitären Staat gelebt hat. Also jeder, der in der DDR geboren und aufgewachsen ist, der weiß, wie es ist, unter einem diktatorischen Staat zu leben. Jeder, der noch das Dritte Reich miterlebt hat, vielleicht ist jemand dabei, der uns gerade zuschaut, wird sich noch daran erinnern können, wie das gewesen ist oder persönliche, eigene Glaubenserfahrungen gemacht. Also ich habe leider auch sehen müssen, dass Menschen, die wie ich aus Sekten ausgestiegen sind, auch immer noch versucht haben, dieses Loch, das der Sektenausstieg hinterlassen hat, mit etwas anderem zu füllen. Meine Mutter ist ja nach unserem Sektenausstieg straight in den verschwörungsideologischen Glauben gegangen. Sie hat sich dann erst noch so ein bisschen mit unserer jüdischen Vergangenheit auseinandergesetzt und weil meine Oma ist ja jüdisch gewesen und ist nach Israel gereist und dies und das und dann kam die Sache mit den Verschwörungstheorien und mit den Rechten und dann ist sie mit den Nazis marschiert und so mit aller Blödsinn. Aber meine Mutter hat immer versucht, dieses ideologische Loch zu füllen. Sie hat versucht, eine Heimat zu finden, irgendwie so ein Safe Point, etwas, das ihr ein Zuhause gibt. Und ich habe das auch drei Jahre getan zwischen dem Sektenausstieg und der Sektenausstiegstherapie. Ich habe dann noch ein paar Freikirchen besucht und habe dann auch versucht, mich mit dem jüdischen Glauben anzufreunden, aber irgendwie war es dann doch nicht so meins. Und dann habe ich diese Sektentherapie gemacht, dann habe ich begriffen, dass ich endlich überhaupt gar kein gläubiger Mensch bin, dass ich ein Skeptiker bin und ein Atheist und dass Science the best bitch on earth ist. Und gut, das wusste ich vorher schon, aber jetzt habe ich dann, dann habe ich begriffen, dass diese Sache mit dem Glauben ist mir auferlegt worden und aufgezwungen worden. Und vielleicht hört ja jemand zu, dem es genauso gegangen ist. Und ich kann sehr gut, ich kann sehr gut verstehen, wie du dich jetzt gerade fühlst und dass du vielleicht eventuell das Gefühl hast, dass diese ganzen Verschwörungserzählungen wahr sein könnten über die Fremdkontrolle und dass jemand anders die Strippen zieht. Und das ist auch gar nicht so abwegig. Weil da hat zum Beispiel jemand auch eine Studie dazu gemacht, die Uni Freiburg in der Schweiz. Die hat die Schnittmenge untersucht zwischen Kreationisten und Verschwörungsideologen. Und das ist die Teleologie. Teleologie ist der Glaube, dass alles von einer höheren Macht gesteuert ist und von einer größeren Entität oder nichts aus dem Zufall heraus passiert. Und da bieten sich natürlich solche Verschwörungsmythen und Gott-Erzählungen und Satans Erzählungen total an. Und wenn du vielleicht eventuell schon an solche Sachen geglaubt hast, dann ist es wesentlich einfacher, solchen Verschwörungsmythen zu folgen. Beispiel Zeugen Jehovas. Fun Fact. Man wartet ja darauf, dass die neue Weltordnung eintritt, also das Paradies auf Erden wiederhergestellt wird, die NWO. So, was ist denn die NWO bei den Verschwörungstheoretikern? Die New World Order. So, das eine ist natürlich cool und gut und super. Das Paradies auf Erden wird wiederhergestellt. Aber das andere ist total super und fies und NWO, jüdische Weltverschwörung auch. Und ja, da kann man auch schon mal so ein bisschen in Straucheln kommen, vor allem, weil sowieso noch Verschwörungstheorien um den Religionsgründer existieren und Illuminaten und Freimaurer. Also es kann sein, Menschen ideologisch vorbelastet sind, die Opfer von Verfolgung wurden. Menschen, die auch an einer seelischen Erkrankung leiden können und bei denen ist Ausdruck, diese Erkrankung ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. Ganz wichtig, klammern wir hier mal aus, sie können nichts dafür. Ganz wichtig, diese Menschen können nichts dafür. Das sind keine Leute, die auf eine Fake News reingefallen sind und dann irgendwo bei Google falsch abgebogen sind. Das ist therapiewürdig und da würde ich mich auch mega freuen, nicht, dass wenn jetzt vielleicht Leute zugucken, die in Beratungsstellen tätig sind oder im psychotherapeutischen Bereich, im pädagogischen Bereich tätig sind, die sagen, okay, ich sehe ein Bedürfnis, mich darum zu kümmern und eine Therapiemöglichkeit zu bieten oder mal einen Workshop bei mir zu machen, wo ich arbeite, bitte macht sowas. Ja, wir haben da ganz viel Bedarf für, mega, mega viel Beratungsbedarf und dass Leute Stellen haben, an die sie sich wenden können, wo sie Hilfe erlangen und wir sind auch gerne da, um euch zu briefen. Das ist nämlich genau unser Job und um denjenigen was an die Hand zu geben, die anderen Leuten was. Wir machen Hilfe zur Selbsthilfe und Hilfe zur Hilfe für Beratungsstellen. Das ist ganz wichtig, dass wir da alle zusammenarbeiten und mit ein bisschen Glück gibt der Staat vielleicht auch mal ein bisschen Geld dafür, jetzt wo wir gesehen haben, dass Verschwörungsmythen ja auch tatsächlich ein großes Problem sind in unserer Gesellschaft. Wir hoffen es auch und das ist ein schönes Schlusswort, denn das Wort Heimat passt natürlich zu DAI Home und wir wollen mal anbieten, hier sozusagen eine Heimat zu bieten, indem wir erstmal gucken, rausgucken, was gibt es so und jetzt gucken wir jetzt sozusagen in die Faktencheckerlage und leiten über zu Rüdiger Reinhardt, der uns den anderen wichtigen Teil unserer Heimat, nämlich also den Umgang mit Quellen und so weiter präsentieren wird. Vielen Dank, Julia Silberberg für ein engagiertes Eintreten und jetzt, wie machen wir die Überleitung? Ihr wechselt die Position. Wir wechseln jetzt die Position. Vielen Dank an alle, die kommentieren und sich engagieren, weitermachen. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse für alle, die sich nicht trauen oder gerne nicht öffentlich kommentieren wollen, keinen YouTube-Account haben, presse-at-dai-heidelberg.de Super, dann brauche ich jetzt Rüdiger. Also ich wechsle, wir haben jetzt kein Bild nach draußen, weil Rüdiger muss ich jetzt mal ganz kurz das Mikro anziehen. Ok, ich will noch kurz zum Programm was sagen. Wir haben jetzt also wieder ungefähr 30 bis 40 Minuten Vortrag und Screensharing mit Faktenchecken, es wird spannend und danach gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, Fragen zu beantworten und Fragen zu stellen. Wir haben jetzt aktuell Zeitplan bis ungefähr 12.15 Uhr, glaube ich, also noch eine Stunde Programm. Dann ist eine kurze Pause, so 30 bis 45 Minuten, wer jetzt das komplette Programm mitmachen will und ganz spannend wird es um 13 Uhr nochmal hier bei der E-Home, wo die Medienpädagogin Alia Pagin, die heute mit uns zusammen hier im Livestream ist, mal zeigt, was gibt es für Möglichkeiten der Begegnung und welche Haltungen können wir entwickeln, also welche Aspekte der Medienkompetenz sind wichtig, um Verschwörungsmythen zu begegnen und ich glaube, die beiden sind jetzt soweit. Wir schalten um und herzlich willkommen Rüdiger Reinhardt. Ja, hallo. Hi, du hast das Wort. Ja, erst mal schön hier, wie gesagt, mich in die Reihe einreihen zu können, uns jetzt was zu erzählen zu Fakten checken oder halt dem, weil das habe ich auch eben in den Kommentaren schon öfters gelesen, wer bestimmt denn, was eigentlich Fakten sind oder wer erklärt irgendwas zu einer Verschwörungstheorie oder einem Verschwörungsmythos und das ist halt, im Prinzip kann das jeder selber, indem er halt recherchiert und wie recherchieren funktioniert und so weiter, das kann ich dann jetzt mal hier einen kleinen Vortrag mal zusammen Zeilen. So, wir haben jetzt, wie gesagt, the tools of the trade, also womit arbeiten wir eigentlich, wenn wir Faktenchecks machen, so im Prinzip haben wir auch keine Superkräfte, sondern nutzen eigentlich auch nur das, was jeder nutzen kann, Google und den gesunden Menschenverstand. Zunächst mal, Moment, jetzt schaltet das hier nicht weiter, jetzt, genau, Quellen, also wenn man irgendwas behauptet, sollte man auch belegen, wo es herkommt, wer es gesagt hat und wo man seine Weisheit her hat. Wer behauptet, muss auch liefern und jetzt ist die Sache natürlich, man kann ganz einfach sagen, hier, da und da steht das, aber zu beurteilen, wo das steht und wer das dort geschrieben hat, warum er es geschrieben hat, ist dann die erste Frage, nämlich, ist das eine seriöse Quelle? Und jetzt hat man natürlich, kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, ja, aber hier von vorne her zu sagen, die Quelle ist seriös und die nicht, das ist ja schon voreingenommen. Ja, im Prinzip schon, aber wer halt sehr viel liefert, was halt kritikwürdig ist, der muss sich auch Kritik gefallen lassen und das kann man auch faktisch belegen. Zunächst mal kann man dann fragen, was gibt es denn sonst bei der Quelle noch? Ich habe da einen Artikel gelesen und das klingt alles ein bisschen unglaubwürdig. Ich gucke mal, was gibt es denn da sonst noch auf der Seite und wenn ich dann zum Beispiel, ich sage mal, im Extremfall direkt was über flache Erde finde, dann kann man schon mal das irgendwie in Richtung einordnen und das erst mal als ganz grobe Einschätzung. Dann kann man natürlich gucken, wer steht denn dahinter? Jede Zeitung, jedes Medienoutlet hat ein Impressum und wo man auch notfalls hinschreiben kann, Fragen stellen kann, wo man den, der die Meldung geschrieben hat, kontaktieren kann. Das ist der Sinn eines Impressums. Wenn das dann irgendwelche Blogs sind, anonyme WordPress-Blogs oder jemand auf Twitter, ist das natürlich recht schwer zu belegen, weil man ja da quasi nur vor den Kopf gucken kann. Man kann aber schauen, wenn ich jetzt eine Meldung habe, wer berichtet denn noch? Finde ich diese Meldung, die ich jetzt hier in dem einen Blog gelesen habe, jetzt in anderen Quellen auch wieder? Sind es vielleicht große Medienhäuser, die berichten? Oder ich kann mir angucken, wie die dann berichten? Dann habe ich schon mal so einen Überblick, bin ich jetzt auf so einen Lonesome Rider gestoßen, der irgendwie meint, die Wahrheit gefunden zu haben und irgendwelchen Blödsinn erzählt? Oder ist es wirklich jemand, der vielleicht investigativ unterwegs ist und da wirklich was gefunden hat? Zunächst mal, wie gesagt, immer fragen, wer steckt dahinter? Also wer berichtet noch zum Beispiel? Wurde die Geschichte bereits widerlegt? Das ist natürlich auch eine Sache. Also bin ich auf irgendwie eine Geschichte gestoßen, wo schon seit eigentlich Jahrzehnten schon irgendwie klar ist, dass das irgendwie damals gefakt war oder dass das irgendwie halt Blödsinn ist, dass es halt eine Fälschung ist, das Bild gefälscht ist, was auch immer halt da zusammenhängt. Aber man kann schon mal gucken, gibt es andere Leute, die sich das schon mal angeschaut haben? Hat man die üblichen Faktenchecker, Mimikama, Tagesschau, Faktenchecker, Korrektiv, wie sie alle heißen? Und natürlich kann es immer auch immer passieren, dass Faktenchecker auch mal Fehler machen, aber wenn man jetzt irgendwie überall sieht, dass die alle das Gleiche schreiben, kann man sagen, okay, das ist schon mal ein starker Hinweis. Und dann ist natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist das jetzt, was ich da lese? Ist das irgendwie so eine Neuigkeit oder so eine bahnbrechende Erkenntnis, dass die allem widerspricht und dass da jetzt schon starke Beweise kommen müssten, damit man dem irgendwie Glauben schenken könnte? Das, wie gesagt, jetzt erst mal komplett ungeachtet des Inhaltes, sondern nur als generelle Überlegungen, was sollte ich mir überlegen, wenn ich irgendeine Meldung lese? Und normalerweise sollte das eigentlich auch so ein bisschen automatisch ablaufen, dass ich gucke, so irgendwie, ja, das sieht aber komisch aus, wer schreibt denn das? Und dann ist natürlich auch, was Julia eben angesprochen hat, das betrachte ich mal kurz von der faktentechnischen Seite, warum will ich das glauben? Die Selbstreflexion, wenn ich was lese, macht es mit mir was, es emotionalisiert mich und dann muss ich natürlich gucken, ist das irgendwie eine gängige Geschichte, wie irgendwie halt Chemtrails oder sind das Reichsbürgergeschichten, die dahinter stecken? Sind das vielleicht irgendwie, ist das jetzt aktuell eine Geschichte, die dann in Richtung QAnon halt endet, mit diesen abstrusen Erzählungen? Dann kann ich vielleicht schon mal einordnen, baut das irgendwie auf einer anderen Verschwörungsmythos auf. Und dann kann ich mir natürlich fragen, was habe ich jetzt davon oder warum möchte ich das eigentlich glauben? Und genauso halt, was verbreitet die Quelle sonst noch und glaube ich das, was die sonst noch verbreitet? Irgendwie, was macht diese Quelle emotional mit mir? Ist das, sehe ich ganz eindeutig, dass das Unsinn ist oder komme ich da schon ins Grübeln? Und dann kann man natürlich weiterschauen, was kann mir denn jetzt weiterhelfen, wenn ich eine Quelle besuche oder halt Quelle bewerten will? Das sind Suchmaschinen. Natürlich, google das mal oder hier kann man alles googlen, ist natürlich ein häufig zitierter Beleg, Anführungszeichen, der von vielerlei Richtungen halt kommt. Ja, wo steht denn das? Ja, google mal oder such mal auf YouTube. In der Tat kann man aber mit einer richtigen Suche eine ganze Menge machen. Aber es gibt ein paar Sachen, die man im Kopf haben muss, wenn man eine Suchmaschine bedient. Nämlich, dass wie sie alle heißen, Google, Bing, Yahoo, Yandex aus dem russischen Bereich oder auch andere Suchmaschinen, die jetzt gerade Wert auf Nicht-Tracking legen, wie zum Beispiel DuckDuckGo und so, die haben alle unterschiedliche Algorithmen, unterschiedliche Seiten, die sie durchsuchen und haben auch unterschiedliche Ergebnisse dementsprechend aufgrund ihrer Natur. Und deswegen tut man generell immer gut daran, vielleicht auch mal andere Suchmaschinen zu befragen, um einfach zu gucken, was bringen die für Ergebnisse. Und dann sind natürlich die Ergebnisse nur so gut wie die Anfrage. Man muss so ein bisschen lernen, zu denken wie eine Suchmaschine. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht etwas kompliziert, ist aber eigentlich ganz logisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Erde und Flach google, um rauszufinden, ob die Erde flach ist, kriege ich natürlich jede Menge flache Erde-Beiträge. Das ist relativ zu erwarten, aber im Moment gar nicht hilfreich, weil ich will ja eigentlich was darüber, was Kritisches sehen. Ich will irgendeine Seite finden, die sich damit kritisch auseinandersetzt. Also würde ich vielleicht irgendwie andere Suchbegriffe noch mit reinbringen, die auch die Möglichkeit offen lassen, dass sich jemand mit beiden Seiten befasst. Zum Beispiel Erde, Flach oder Kugel. Blödes Beispiel, aber halt um das einfach mal zu zeigen, dass man auch wenn man sucht, schon im Kopf haben muss, ich möchte eigentlich ergebnisoffen sein. Ich möchte jetzt nicht nach Impfen gefährlich googeln, sondern halt Impfen Risiken oder halt irgendwie was neutraler formulieren. Deswegen einfach mal gucken, wenn man nur seltsame Seiten bekommt, und einfach mal gucken, wonach habe ich jetzt wirklich gesucht? Was würde ich rausgeben, wenn ich eine Suchmaschine wäre? Weil die ist ja gar nicht mehr so klug, sondern macht einfach nur das, was man da gibt. Und dann gibt es dann auch so ein paar Tricks, Suchergebnisse präzisieren. Man kann bei Google zum Beispiel, das ist bei der Artikelrecherche recht hilfreich, die Suche auf den Zeitraum eingrenzen. Ich sage zum Beispiel, ich suche, ob was zu diesem Thema im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Dann kann ich sagen, suche nur in 2018 oder 2019. Oder ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendein Teekesselchen-Wort habe, was irgendwie in einem anderen Kontext auch verwendet wird, zum Beispiel will ich nach Aktienfonds suchen, aber keine Suppenfonds haben, dann kann ich noch ein Minus-Küche oder Minus-Rezept da irgendwie in den Suchbegriff reinbringen, um halt einen bestimmten Begriff auszuschließen. Oder wenn ich einen bestimmten Begriff auf jeden Fall drin haben möchte, kann man ein kleines Pluszeichen davor stellen. Solche Sachen helfen, um halt die Fragestellung ein bisschen zu präzisieren, genauer zu gucken. Ich kann nach Dateitypen suchen. Zum Beispiel, ich suche nur Bilder oder ich suche nur Videos oder ich suche nur Bilder von einer bestimmten Größe. So kann man beim Bedienen der Suchmaschine auch schon ganz viel damit auf den Weg geben, um das Ergebnis, was man dann nachher selber natürlich noch durchsuchen muss, durcharbeiten muss, schon mal möglich präziser einzugrenzen und vielleicht ein paar Blödsinnstreffer rauszulassen. Und dann ist natürlich eine ganz wichtige Sache, das ist auch ein ganz weites und immer wichtiger werdendes Thema, nämlich Bilder. Artikel werden begleitet von Bildern. Und diese Bilder sind das Erste nach der Überschrift, was wir so vom Artikel wahrnehmen. Und wenn dann ein Bild uns schon irgendwas vermittelt, weil es einfach zum Beispiel halt konstruiert wurde, speziell für diesen Artikel gebaut wurde und sehr dramatisch aussieht, dann macht uns das, mit uns das mehr, als vielleicht einfach nur ein Bild von der eigentlichen Situation, um die es geht. Und deswegen Bilder muss man prüfen. Es gibt auch zum Beispiel halt Bilder, die sind zwar echt, aber gehören gar nicht in diesen Artikel hinein, sondern gehören zu einem ganz anderen Event, einer ganz anderen Geschichte. Und das nennen wir Hybridfakes. Das sind echte Bilder in falschem Kontext. Was mir spontan dazu einfällt, ist zum Beispiel ein Bild, was ein überfülltes Schiff von Flüchtlingen zeigt und dort beschrieben wird, dass das Bild nicht die im Mittelmeer gerade befindlichen Flüchtlinge zeigt, sondern halt aus dem Zweiten Weltkrieg sei und das dementsprechend so eine Falschmeldung, so eine Hybridfalschmeldung wäre. Guter Ansatz, aber auch noch nicht ganz richtig, es ist nämlich nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern es ist aus einem anderen Kontext, nämlich das zeigt die Kap Anamur, dieses Schiff damals, wenn ich das richtig im Kopf habe gerade, aber so sieht man halt wie ein Bild, was eigentlich auch komplett korrekt ist, nicht gefakt ist, in einem anderen Kontext wiederverwendet wird und das ist natürlich nicht hilfreich oder lässt zumindest mal daran zweifeln an dieser Geschichte, weil wenn man jetzt ein anderes Bild schon hernehmen muss, um das zu illustrieren, vielleicht gibt es gar kein Bild von dem Event, vielleicht ist es gar nicht echt. Das wäre zumindest schon mal ein Anhaltspunkt. Und dann ist es natürlich eine Sache, Bilder können natürlich auch komplett gefälscht sein. Da gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf ein, wie man erkennen kann, ob ein Bild gephotoshoppt ist. Da gibt es nämlich Mittel und Wege, um zumindest ein paar Anhaltspunkte zu finden. Und dann gibt es noch natürlich die Geschichte, was viele auch nicht wissen. Viele Agenturen nehmen einfach Symbolbilder. Das sieht man halt bei irgendwelchen wiederkehrenden Themen. Bei der Homöopathie sind es immer halt irgendwelche Globuli, beim Impfen sind es irgendwelche Spritzen. Das sind Symbolbilder, die aus einer Bilddatenbank, einer freien Bilddatenbank sind oder wo jemanden lizenziert hat und jemand einfach deinen Artikel als Symbolbild einfügt. Die sind eigentlich kennzeichnungspflichtig. Das heißt, wenn ich einen Artikel schreibe und nehme so ein Symbolbild, damit das ein bisschen netter aussieht, muss ich dran schreiben, dass das ein Symbolbild ist. Machen nicht alle, aber wenn man nach einem solchen Symbolbild sucht, dann findet man relativ häufig viele Vorkommnisse dieses Bildes, einfach weil es gerne und oft genommen wird. Stichwort Bildersuche, nämlich man kann auch nach Bildern suchen. Und das ist das, was wir halt brauchen, wenn ich jetzt gucken will, passt das Bild zu dem Artikel, den ich da gerade lese. Und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Google-Rückwärtssuche. Da kann man entweder ein Bild hochladen oder halt eine URL von dem Bild angeben oder einfach einen Screenshot eingeben. Und Google sucht dann nach Vorkommnissen dieses oder ähnlicher Bilder. Ähnlich funktioniert auch die Yandex-Suche. Yandex ist eine russische Suchmaschine und die ist gerade im Bereich der Bildrecherche, hat sich gezeigt, relativ gut, weil sie häufig auch sonst gut versteckte Artikel, Vorschau-Bilder oder solche irgendwelche Screenshots oder so zum Teil auch findet, die man sonst nirgendwo hat. Und dann gibt es noch eine TinEye, die hat sich ganz dieser Bildersuche verschrieben und ist eigentlich auch immer hilfreich. Und das sind so die aus der Erfahrung, wenn ich jetzt irgendwelche Recherchen betreibe, die ich ganz gerne immer nehme, sind meistens selbsterklärend. Man gibt einfach ein Bild ein und sucht nach Vorkommnissen von dem Bild. Dann kann man, dann rät, da wäre zum Beispiel auch Keywords noch dazu, die wahrscheinlich das zeigen, was auf dem Bild zu sehen ist. Und die kann man dann auch noch verfeinern und kriege dann vielleicht genau das, was man gesucht hat. Und so gesehen kann man das natürlich auch bei Videos machen. Und die Videorückwärtssuche ist natürlich ein bisschen schwieriger. Man hat ja ein Bewegtbild, der kann man jetzt nicht direkt suchen. Man kann aber zum Beispiel nach den Vorschaubildern suchen, die man in der YouTube-Vorschau oder Vimeo oder Facebook-Video-Vorschau sieht. Da muss man aber sagen, dieses Titelbild, dieses Vorschaubild, was zu Anfang angezeigt wird, das kann auch ausgetauscht oder manipuliert sein. Das ist nicht immer ein Hinweis. Deswegen kann man natürlich Screenshots aus dem Video nehmen. Keyframes. Und da gibt es ein cooles Tool. Das ist der sogenannte YouTube-Data-Viewer. Dort kann man quasi eine YouTube-Video-URL, ein Video eingeben. Und der schlüsselt einem dann so Schlüssel-Szenen, diese Keyframes halt da raus. Und man kann direkt auf Klick nach diesen Bildern suchen. Das ist recht hilfreich, wenn man gucken will, gibt es dieses Video irgendwo anders schon mal. Und natürlich kann man auch in der Videobeschreibung suchen. Häufig sind diese Videos automatisch verschlagwortet auf den Seiten, wo sie hochgeladen werden. Oder werden dort verschlagwortet. Und nach diesen Keywords kann man natürlich auch suchen, um mal zu gucken, ist das Video wirklich das, was es vorgibt zu sein? Oder gibt es diese Filmaufnahmen von ganz woanders, wo ich sagen kann, da wurde einfach eine alte Recherche recycelt und einfach als Pseudo-Legitimation, als Pseudo-Fakt dahinter gestellt. Dabei ist es gar nicht so. Das sind so Sachen, die man tun kann. Und dann kam man natürlich zu dieser Sache, die nennt sich Bildforensik. Und es hat so ein bisschen so was mit CSI-Photoshop zu tun, kann man sagen. Es gibt nämlich ein paar Sachen in Bildern, das sind so eine Art digitale Fingerabdrücke, die zum Beispiel mein Handy oder meine Kamera hinterlässt, wenn ich ein Bild mache. Dann ist ein Hintergrundrauschen, was ganz charakteristisch für diese Kamera, für diesen Bildsensor ist. Und das sieht man eigentlich nicht, weil es im Bild untergeht. Da gibt es aber Tools, die können das sichtbar machen. Und jetzt im Detail darauf einzugehen, sprengt jetzt hier den Rahmen. Aber wer sich da interessiert, der findet auf den Links, die ich hier auch gleich noch einblende, sehr gute Tutorials. Da kann man nachsuchen, wie man das halt bedienen kann oder was es für Möglichkeiten gibt. Dieses nette UFO mit dem Paraglider dort oben, was man zum Beispiel hier jetzt sieht, das würde da unter bestimmten Parametern zum Beispiel so aussehen. Es gibt nämlich diesen Error-Level, diese Fehlerstreuung, die es gibt, wo man sagen kann, welche Bereiche zum Beispiel nachträglich in ein Bild eingefügt wurden, weil sie einfach mit dem Grundrauschen des Hintergrunds, mit diesem Rauschmuster nicht übereinstimmen. Und da stechen dann zum Beispiel Sachen besonders hervor und die können einem schon mal einen Hinweis geben, dass der vielleicht manipuliert wurde. Ganz wichtiger Hinweis dabei ist folgender, man kann bei diesen Tools und Programmen unheimlich viel an den Schiebreklern rumstellen, bis man irgendwas sieht. Man kann deswegen auch im Prinzip eigentlich immer irgendwas nachweisen, wenn man was nachweisen will. Wichtig ist deswegen im Kopf zu halten, will ich hier was sehen oder sehe ich jetzt gerade wirklich nichts? Das ist so halt die Geschichte dabei. Und dann, wie gesagt, hier die Links noch dazu. Die gibt es dann später sicherlich auch noch in anderer Form oder hier in dem Video noch mal zu sehen. Da kann man draufgehen und sich ein bisschen informieren, was halt die Fotoforensik angeht. Die Bildforensik ist sehr spannend, aber wie gesagt, kann es zumindest mal Hinweise geben, Indizien, ob ein Bild über Photoshop wird. Vielleicht findet man bei der Bildersuche auch direkt schon eine Seite, die so eine Analyse macht und sagt, hier die Anaconda, da gibt es ein ganz berühmtes Bild von einer Anaconda im Regenwald, die so groß ist, irgendwie, keine Ahnung, wie ein Kleanzug. Und da sieht man schon an der Art, wie die Ränder der Schlange freigestellt sind, dass da quasi mit dem Pinsel mal ausgerutscht war und dass da reingemalt wurde. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man sowas vielleicht schon. Und dann, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, es gibt eine ganz waghalsige Behauptung, die habe ich mal irgendwie im Laufe dieser Jahre mal gesehen, der Mars liegt in Irland. Da können wir mal gucken, was man eigentlich ausfindet, wenn man so ein typisches Meme hier, was uns häufig in irgendwelchen Gruppen begegnet, wo angezweifelt wird, dass die Menschen auf dem Mars oder vielmehr die Rover auf dem Mars gelandet sind. Da zeigt man nämlich einfach so ein Bild von Irland und ein Bild vom Mars. Und guck mal, das sieht doch gleich aus. Also haben sie es gefälscht. Ja, es gibt ein kleines Problem. Das ist nämlich so nicht richtig. Wenn man jetzt nämlich zum Beispiel nach diesem Bild sucht, hier links grün, rechts rot, ungefähr gleiches Motiv, bekomme ich auch dieses Bild zu sehen. Zusammen mit einem Artikel, der genau beschreibt, wie der Autor ein Bild aus Irland nimmt, das mit ein paar Filtern versieht, den NASA-Rover davor photoshoppt und das Ganze so aussehen lässt, als wäre es ein NASA-gefagtes Bild, um zu zeigen, dass es ja so einfach ist, Bilder zu fälschen und zu behaupten, sie seien vom Mars. Dabei braucht man dafür nur ein Bild von Irland und halt Photoshop. Gut. Und das ist nämlich auch so ein Beispiel dafür, wie einfach gefälschte Bilder halt immer ganz gern auch hier als weitergehendes Argument genommen werden. Nämlich zu sagen, dieses Bild ist gefälscht, man kann Bilder fälschen, also sind alle Bilder gefälscht. Ja. Jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied hat Glück. Also der Umkehrschluss funktioniert nicht immer. Wenn man sich jetzt anguckt, es gibt unheimlich viele Bilder, von denen einfach behauptet wird, die sind fake oder die zeigen was Falsches. Und dann wird das einfach da stehen gelassen. Und mit einer kurzen Bilderrückwärtssuche würde man eigentlich das Richtige schon rausfinden. Zum Beispiel die Behauptung, bleiben wir im Weltall ganz gern genommen, der Mars ist fake. Es gibt ja diese Landschaften auf der Erde, wie Devon Island hier, die zeigen halt die Landschaft, wie wir sie vom Mars kennen. Da wird nur ein Vorabfilter drüber gelegt. Und dann sind es sogar kleine Baby-Rover, die rumfahren. Und dann ist für die ganzen Leute, die das verbreiten, eigentlich schon klar, ohne es weiter zu prüfen, dass wir nicht auf dem Mars waren, weil man kann ihn ja auf der Erde nachstellen. Gut, der Mars, den gibt es auf der Erde, quasi nachgestellt. Und da macht die Forschung auch kein Geheimnis raus. Es gibt nämlich auf Devon Island die Flashline Mars Arctic Research Station, die sich zur Aufgabe gemacht hat, in einer möglichst marsnahen Umgebung Technik und Prozeduren und so weiter zu testen. Und so kann man halt mit ein paar, einfach nur in einer ganz kurzen Google-Suche direkt eine wunderbar plausible und passende Erklärung hernehmen, die es nicht erforderlich macht, eine ganze Reihe von anderen Sachen umzustoßen oder in Zweifel zu ziehen, sondern einfach die sich nahtlos in alles einfügt, was sich gegenseitig sonst auch schon erklärt und bestätigt, wie zum Beispiel halt Funksignale, die definitiv aus der Richtung des Mars kommen und einfach sonstigen Fakten, die man nachprüfen kann. Weil diese ganzen Geschichten bei dieser Faktencheck-Geschichte, was einem da aufpasst, was einem da auffällt, ist nämlich, die arbeiten immer mit den gleichen einfachen Tricks. Es wird nämlich einfach eine Behauptung aufgestellt oder in den Raum gestellt und irgendwas kurz zitiert, aber nachprüfbar oder nachsuchbar ist das nicht, es sei denn, man gibt sich mit sehr abstrusen YouTube-Videos, die wiederum keine Belege haben, zufrieden. Wenn man das als glaubwürdige Quelle bezeichnet, dann gibt es natürlich für alles einen Beleg, aber das ist natürlich kein faktischer Beleg, nichts, was man nachprüfen kann. Und es gibt mal einen schönen Vergleich, den ich mal gehört habe, wenn man irgendwelche Mythen, irgendwelche Fabelgeschichten, die ganzen Bücher dazu verbrennen würde, dann wäre das Wissen verloren, dieses Wissen. Würde man aber wissenschaftliche Bücher verbrennen und zerstören, dann wären die irgendwann genauso wieder da, weil die Wissenschaft sich nicht geändert hat, weil man es alles wieder neu rausfinden und belegen kann. Braucht halt was Zeit, aber man käme zum gleichen Ergebnis. Was diese Seiten sonst noch machen, sie fragen halt, statt auszusagen, hier können die Aliens was damit zu tun haben, wollen sie etwas vertuschen. Es werden Fragen gestellt, anstatt Fakten anzugeben. Es werden Fragen gestellt, die uns selber dazu anregen, was zu hinterfragen und dann das zu nehmen, was wir vor Augen haben, nämlich diesen Artikel, der uns das die ganze Zeit erklären möchte. Und es werden zum Beispiel auch Pseudoexperten zitiert. Viele dieser Verschwörungsmythen und Verschwörungsideologien haben einen nach außen klingenden, ganz wissenschaftlichen Touch und beschreiben dann vielleicht auch in einem anscheinendlichen Fachvokabular irgendwelche Sachverhalte. Die sind aber von der Aussage faktisch einfach falsch. Und da sind zum Teil Experten, die werden ganz gerne zitiert, zum Beispiel, ich sage hier mal, vom Milchfachwirt zum Medizinjournalisten. Damit ist zum Beispiel Hans Tolzin gemeint, der eine sehr impfkritische Seite hat, um es mal so zu sagen. Und mittlerweile halt auch von anderen Quellen als Medizinjournalist oder Impfexperte zitiert wird. Dabei ist er eigentlich nicht mehr als Milchfachwirt. In seinem Gebiet vielleicht Koryphäe, man weiß es nicht, aber letztendlich die Gebiete, wo er was drüber sagt, da weiß er eigentlich nichts von. Und das macht ihn zumindest mal fragwürdig als Experten. Und wenn man dann auf der anderen Seite Wissenschaftler hat, die seit Jahrzehnten in dem Bereich forschen, sind die einfach per se als glaubwürdiger zu betrachten. Das ist nämlich auch die nächste Sache. Wissenschaften, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wie Julia auch eben schon sagte, Science, it works, bitches, um mal Richard Dawkins zu zitieren, denn nämlich gesagt hat, wenn man alles auf dem wissenschaftlichen Prinzip beruht, kann man nicht falsch liegen, was solche Sachen angeht, wie zum Beispiel, dass Flugzeuge fliegen, wenn man sie nach der Wissenschaft baut. Wissenschaft. Ich fange mal so an. Im Moment gibt es viel berechtigte Kritik an der aktuellen Situation, was den Wissensstand zum Coronavirus angeht. Die Wissenschaftler widersprechen sich ja jeden Tag. Ach, es kommen ja dauernd neue Erkenntnisse raus und die sind ja unglaubwürdig, wenn sie dauernd ihre Meinung ändern. Nicht ganz. Es ist eigentlich andersherum. Sie sind eigentlich, dadurch, dass sie ihre Meinung ändern, sehen wir, dass es Wissenschaftler sind. Ich fange mal so an. Normalerweise bin ich als Wissenschaftler unterwegs und habe eine Hypothese, habe eine Idee, wie es funktionieren könnte. Dann mache ich meine Experimente und habe meine Ergebnisse, die ich in einer Studie zusammenfasse. Und diese Studie, die wird dann veröffentlicht in einem Journal. Das ist ein Fachmagazin mit wissenschaftlichen Standards, was halt dem Fachpublikum hauptsächlich gewidmet ist. Und dort wird auch geprüft, nämlich es gibt ein Peer Review, nämlich unabhängige, teils anonyme Prüfungen der eingereichten Arbeit. Das heißt, wenn ich so ein Peer Review mache als Wissenschaftler, kann es sein, dass ich gar nicht weiß, wen ich reviewe, sondern nur was, nämlich was ich vor mir liegen habe. Und wenn das dann alles durchgegangen ist, dann wird das veröffentlicht in diesem Journal und das ist im sogenannten wissenschaftlichen Diskurs. Es bleibt immer Gegenstand zur Diskussion und es gibt immer Gegenstudien und andere Wissenschaftler, die das widerlegen wollen, die es falsifizieren wollen und die dann zum Schluss kommt man dann zu dem sogenannten wissenschaftlichen Konsens, nämlich das, was alle Untersuchungen und alle Studien zusammen ergeben haben, ist das, was sie aktuell wissen. Und wenn jetzt jemand der Herkunft was anderes behauptet, dann muss er aber ganz schön liefern, damit er da halt auch Gehör findet, damit das einfach auch sinnlich und plausibel ist. Jetzt haben wir aktuell ein Problem. Und das ist die Zeit. Und wir haben nämlich eine Situation, die bezeichne ich gern als Fast Forward Science. Wir haben ständig neue Erkenntnisse, weil im Moment ist es natürlich so, die Fachwelt muss sofort wissen, wenn gerade jemand irgendwo auf der Welt was Neues zum SARS-CoV-2 entdeckt hat oder zu Covid-19, zu der Krankheit dazu. Wenn es irgendwelche Sachen gibt, müssen die raus an die Fachwelt und schnell diskutiert werden. Deswegen gibt es die sogenannten Preprint-Publikationen. Die sind quasi, wie der Name schon sagt, vor der Drucklegung, vor der Veröffentlichung quasi schon rausgegeben. Sind natürlich noch nicht geprüft, niemand hat das gecheckt, aber sie sind dafür schnell verfügbar. Und das ist zum Beispiel auch genau das, was Drosten passiert ist. Er hat ein Preprint rausgegeben und bekam die erwartete Kritik. Das Schlimmste, was im Wissenschaften passieren kann, ist, ich publiziere eine Studie und keiner kritisiert mich. Dann habe ich was falsch gemacht. Weil genau das macht man. Und dieser Diskurs, der findet jetzt trotzdem statt, jedoch öffentlich. Und die Presse macht da draußen Bohei, dass die sich alle so spänefeind sind. Dabei ist das ein ganz normaler Prozess. Und trotzdem steht am Ende der wissenschaftliche Konsens, der aber, weil er gerade so neu ist, sich dauernd ändern kann. Es sind dauernd Sachen, die halt neu uns überraschen, zum Teil auch neue Ergebnisse, auf die wir reagieren müssen. Und deswegen, wenn gestern jemand gesagt hat, das ist aber besser, irgendwie Durchzug zu machen, ja, man könnte Klimaanlagen zum ventilierenden, zum belüften der Räume nehmen, dann ist das eine gute Idee. Dann gibt es eine Studie, die sagt, oh, in Klimaanlagen könnten die replizieren oder es könnte halt irgendwie verteilt werden. Dann ist das eine neue Erkenntnis und da muss man halt die Empfehlung für Klimaanlagen beispielsweise zurücknehmen. Das nur mal als ganz grobes Beispiel. Neue Erkenntnisse, neue Konsequenzen. Und der Unterschied zu, wie gesagt, ein ganz entscheidender Unterschied zu den Pseudofakten, sag ich mal, die hinter Verschwörungsideologien stehen, das hier ist nachprüfbar und selbst wenn man alle Aufzeichnungen dazu vernichtet, kämen nach neuer Forschung genau dieselben Erkenntnisse wieder raus. Hat man auch schon mal praktizieren müssen, weil es gibt unheimlich viele Sachen, wo Forschungsergebnisse auch verloren gegangen sind, die man später neu quasi forschen musste und auch da kam genau das raus, was man vorher auch schon erkannt hat. wissenschaftliches Arbeiten ist, also was das angeht, ein Garant, dass man schon nicht grobe Fehler macht und sich selbst bestätigt, wo man was glauben möchte anstatt wissen möchte. Und deswegen das Fazit, das Ganze, sucht immer eine zweite Quelle. Wenn irgendwo was steht und es ist wirklich so bahnbrechend und wichtig und so echt, dann gibt es auch irgendjemanden anderen, der darüber geschrieben hat und nicht notwendigerweise abgeschrieben hat. Dann ist es wichtig, die Quellen gewissenhaft zu prüfen. Wer schreibt das? Was beschreibt die Quelle sonst noch? Sind es Experten, die auch wirklich den Namen Experten verdienen? Oder ist es irgendein YouTuber, der auf YouTube ein Video rausbringt, weil sonst niemand ein Gehör schenkt? Dann schaut bei Faktencheckern. Natürlich können auch die falsch liegen und auch ich habe schon mal was falsch recherchiert. Das haben wir dann später nachkorrigiert. Aber es ist schon mal ein guter Ansatz zu gucken, was schreiben andere Leute dazu? Haben die vielleicht andere Quellen, die sie ja auch angeben, die man ja auch prüfen kann? Es ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich, wenn man das wissen möchte. Und Vorsicht vor der Macht der Bilder. Ich bin selbst Mediengestalter und ich weiß, was man im Photoshop tun kann. Und guckt dreimal hin, guckt, ob es die Bilder wirklich gibt. Gibt es vielleicht, sind das vielleicht offensichtliche Fakes, die schon seit Jahren kursieren, die ihr einfach noch nicht kennt. Bleibt kritisch und hinterfragt ständig das, was ihr tut, was ihr lest und was ihr anschaut. Das so ganz grob zu dem Thema. Vielen Dank, Rüdiger. Das war voll mit Details. Du bist ja nun Bildprofi und sprichst sozusagen aus einer auch sehr informierten, technischen Perspektive. Und ich will gleich die erste Frage anschließen. Und zwar gibt es hier eine Frage Bildforensik. Also vielleicht liegt es am Begriff. Aber es hört sich so an, als würde es nicht jeder nutzen können, beziehungsweise, dass dafür also Fachwissen benötigt wird. Wie würdest du das einschätzen nach diesen Tools? Das ist im Prinzip richtig. Es ist auch wichtig, das im Kopf zu behalten, weil man muss schon, um damit wirklich ergebnisoffen und professionell umzugehen, muss man schon einiges an Fachwissen haben. Es gibt aber zumindest eine Möglichkeit, Tools, die offensichtliche Fakes, so wo jemand quasi mit Paint irgendwas reingeklebt hat, so die sieht man sehr deutlich und das ist auch sehr offensichtlich. Oder wo man sehr gut was sieht, wenn Schrift in einem Bild nachträglich geändert wird, dann ist der fragliche Part der Schrift, der leuchtet einem sofort entgegen. Das sind so Indizien, die man nutzen kann. Aber deswegen, was ich auch im Vortrag auch sagte, man kann alles damit nachweisen, wenn man lang genug an den Parametern schraubt. Und wenn man nicht auf Anhieb was sieht, dann sollte man den Punkt vielleicht lieber verwerfen und sagen, okay, ich bin nicht Profi genug, um das genauer zu beurteilen. Aber es ist zumindest schon mal kein offensichtlicher Fake, wie, ich glaube, Alia hat das später in ihrem Vortrag das Bild sogar noch drin, das von Anaconda, das kenne ich, glaube ich, aus ihrem Vortrag. Das fiel mir so ein, weil es ist so offensichtlich, dass die Ränder der Schlange einfach so verwaschen sind, die sind reingeklebt. Das sieht man einfach so. Aber man braucht schon ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Also die Sensibilität gegenüber sozusagen offensichtlich stümmerhaften Bild, Kompositionen. Fotoshop-Philipp wird man damit identifizieren können. Ich hätte noch eine weitere Frage, die hier aufgetaucht ist an dich. Und zwar, es ist ja nun nicht nur so, dass wir als Mediengestalter jetzt Bilder faken können, sondern die KIs und Artificial Intelligence, Neuralnetzwerke können ja inzwischen Bilder generieren, die so realistisch aussehen, Deepfakes, genau, dass wir das nun überhaupt nicht mehr unterscheiden können. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, künstliche Gesichter zu erzeugen aus einer Menge von Bildern, die so aussehen, als wäre das ein Originalfoto oder Porträt von einer real existierenden Person, aber die existiert gar nicht oder höchstens in einer ganz ähnlichen Erscheinung. Kann man dem irgendwie auf die Spur kommen oder beziehungsweise was wären denn Wege hinter die Quelle, hinter die sozusagen, hinter die Quelle des Bildes oder hinter die Entstehung von so einem Bild? Also das muss man vorausschicken, Deepfakes sind in der Tat ein Problem, einfach weil sie so verdammt gut sind. Einfach weil das ein... wirklich komplett organisch, in Anführungszeichen, entstanden. Und ja, da wirklich konsequent irgendwie was gegen zu tun, gibt es im Moment noch nicht. Also man kann nur diese Deepfakes weiter analysieren und schauen, wie kann man dem mit Algorithmen vielleicht auf die Spur kommen. Man kann kontextual arbeiten, man kann natürlich, wenn man so ein Bild hat, gucken, gibt es das im anderen Kontext, sehe ich diese Person auf anderen Bildern noch irgendwie, gucken, sich nicht auf das Bild selber konzentrieren, sondern auf das Umfeld gibt es da Ungereimtheiten. Aber es macht es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und bereitet in der Tat ein wenig Kopfzerbrechen, wie wir mit dieser neuen Qualität von Fakes umgehen können. Und ja, das ist schon nicht leicht. Also es erfordert, sofern ist es, wenn ich mal zusammenfassen darf, ein noch erhöhteres Maß an Sensibilität und Skepsis. Es ist noch mehr möglich. Wie erklärt man die nicht vorhandene Seriosität von Informationsquellen wie dem Eicke-Institut? Kommt hier eine Frage rein. Ja, das Eicke-Institut ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil es führt halt Klimaschutz und Klima und so weiter im Namen. Und wenn man aber dahinter guckt, sind die Funktionäre dahinter, das kommt halt aus der entsprechenden Lobby. Und wenn man dann weiter guckt, was dort zu verbreitet, da kann man an die Inhalte gehen. Was werden da für Sachen verbreitet, zum Beispiel halt CO2-technisch. Und es werden nach erwiesenermaßen falsche Informationen oder falsche Interpretationen aus Studien verbreitet. Es werden Studien verbreitet, die widerlegt sind. Es wird einseitig berichtet. Und das ist auch jetzt gar nicht eine Unterstellung gegenüber diesem Institut, sondern einfach, das sind nachprüfbare Sachen. Wenn man da wirklich jede Veröffentlichung halt durchgeht, sind es die gleichen Denkfehler, auf denen die Argumentation beruht und die gleiche letztendlich wissenschaftlich nicht haltbare Argumentation, die als hier ein Lobbyinteresse nahelegt, in Kombination mit der Information, wie dahinter steckt, ist das eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Also letztendlich durch die Fakten nachgeprüft, unabhängige Quellen, die wirklich kein Interesse daran haben. Das ist nebenbei auch noch so eine Sache. Jeder Wissenschaftler, jeder Wissenschaftler, der veröffentlicht, muss seine Affiliation mit angeben. Das heißt, in der Studie schreibe ich rein, wenn da irgendwie Interessenskonflikte bestehen könnten, weil ich für irgendein Institut arbeite oder sowas. Das steht da drin. Das ist transparent. Transparenz ist hier das Schlüsselwort. Ja, okay. Ja, Transparenz zieht sich so ein bisschen als Stichwort auch bei mir, also im Hintergrund durch den ganzen Vormittag schon. Glaubst du, dass man durch Methoden, die sozusagen die Bildentstehung oder die Bildquellen oder die Angabe von Bildquellen mehr Transparenz herstellen könnte und glaubst du, dass dadurch mehr Vertrauen in Bilder generiert werden könnte oder, es ist natürlich ein bisschen suggestiv gefragt, oder würdest du sagen, es ist im Zweifelsfall immer das Gesamtpaket, was es ausmacht, also die Kombination aus Text und Bild und Kontext und Blogs, weil hier steht, gibt es zum Beispiel die Frage, wie ist das mit den Blogs, die Fake News teilen? Denn die haben ja oft eins zu eins dieselben Texte und Bilder. Ja, die haben oft dieselben Texte und Bilder, weil sie eins zu eins auch voneinander abschreiben. Das ist auch wieder dieser Bestätigungszirkel. Wenn dann mit dem Argument kommt, ja, aber liefern wir doch mal die Quellen dazu, dann findet man in diesem Artikel, der da irgendwie geteilt wird, zwar jede Menge Quellen und jede Menge Hinweise, aber die sind im Prinzip das Gleiche im Grün, weil es der gleiche Text mit den gleichen Bildern auf einem anderen Blog ist. Und wenn man dann anguckt, was die sonst noch so für Artikel haben, dann findet man diese Schnittmenge eigentlich in allen Bereichen, weil die einfach alle nur voneinander abschreiben oder häufig einfach Inhalte sich auf die gleiche Quelle beziehen. Viele verschwörungsideologische Geschichten sind vielleicht eins zu eins Google übersetzt aus dem Englischen und finden sich dann in der englischen Übersetzung dann auch wieder zehn ungefähr gleich aussehenden Seiten. Aber nichts von denen findet sich mal in irgendeiner öffentlichen Publikation oder findet sich in irgendeinem wissenschaftlichen Portal, wenn da irgendwelche Ergebnisse von Studien bemüht werden oder damit argumentiert wird. Studien haben in den USA herausgefunden, dass, und dann kommt irgendeine toll klingende Erklärung, aber wenn man dann irgendwelche sämtliche wissenschaftlichen Portale absucht und wirklich zu diesem Thema überhaupt nichts veröffentlicht wurde und schon gar nicht in den USA, dann fragt man sich, woher die ihre Informationen haben. Und dann findet man nur immer wieder letztendlich, oh, wenn man Glück hat, den Ursprungsartikel, wo das ursprünglich mal geteilt wurde und alle anderen haben seitdem nur abgeschrieben und dann verläuft sich die Spur, was das angeht. Gibt es bei euch eine, also wir haben natürlich die Informationen und den Live-Vorträge und die Folien nachher im Netz zur Verfügung, aber gibt es bei euch eine Handreichung, in der diese Quellen auch nochmal aufgeführt sind oder kann man sich da sozusagen nochmal im Einzelnen vertieft schauen? Ja, durchaus, also wir haben auf unserer Webseite erhält man unsere Broschüre, also in Zukunft auch mehr Broschüren, also bis jetzt sind es auch zwei Broschüren, nämlich einmal zum Thema Reichsbürger, unser Reichsbürgerleitfaden, der wird auch demnächst nochmal neu aufgelegt und dann gibt es eine Broschüre über Verschwörungstheorien und Fake News erkennen und die Banken, die im Prinzip das nochmal zusammenfassen, was wir ja auch in dem Vortrag hier gemacht haben, sie klären, warum Menschen an so etwas glauben, sie erklären, was sie über das Faktenchecken und sie geben auch Tipps mit an die Hand, wie man mit Leuten reden kann, die in so einem Verschwörungsglauben drinstecken, wie man die vielleicht abholen kann, ohne direkt halt auf Konfrontationsgruß gehen zu müssen und da im Prinzip nichts zu erreichen und die erhält man über unsere Webseite, Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung, die kann man bestellen zum Versandkostenpreis oder einfach als PDF runterladen. Top. Vielen Dank, Rüdiger Reinhardt. Gerne. Wir haben jetzt noch viele natürlich Kommentare, die ich jetzt in Fragen gießen könnte. Es gibt bestimmt auch noch von den Kolleginnen und Kollegen, die ja im Hintergrund mit aktiv sind und mitmoderieren, Fragen, die sie stellen wollen. Hast du noch persönliche, sagen wir mal, Wünsche oder vielleicht mit Julia, die können wir auch gerne nochmal mit dazu nehmen und, sagen wir mal, eine Perspektive auf das, was eure Arbeit am besten auszeichnen sollte oder was sie bewirken sollte in den nächsten, ich würde mal sagen, fünf Jahren mit der Wahl von oder nicht Wiederwahl in Amerika und den, sagen wir mal, globalen Perspektiven und der wackeligen Weltlage. Was ist sozusagen das, was ist euer kühnster Wunsch, ja, dass eure Arbeit auslösen soll? Also ich sage mal so, ich persönlich würde mir wünschen, dass in ein paar Jahren irgendwann unsere Arbeit nicht mehr nötig ist, weil jeder selbst irgendwie das Handwerkszeug an der Hand hat, um genau das zu machen, was wir jetzt hier gerade in solchen Sachen, in solchen Vorträgen und Workshops vermitteln wollen, nämlich, das ist nämlich die Sache, was eben in dem Chat, und das ist mir auch ganz wichtig, ich habe da viele Kommentare gelesen, niemand entscheidet, was eine Verschwörungstheorie ist, niemand hat eine gewisse Autorität und sagt, das sind Fakten, natürlich gibt es irgendjemanden, der halt es bewertet, der sagt letztendlich, ja, das ist wissenschaftlich gesichert, das kann man so stehen lassen, oder das ist Blödsinn, weil das ist widerlegt, das widerspricht den Naturgesetzen, oder das ist offensichtlich falsch, aber die alle haben eines gemeinsam, man kann es nämlich belegen, man kann nach diesen Belegen suchen, und man muss vielleicht in manchen Bereichen, halt wie jetzt, wenn es um medizinische Sachen um das Virus jetzt geht, muss man natürlich, um Sachen wirklich letztendlich beurteilen zu können, wirklich Experte sein, und da reicht ein Küchentisch-Virologe nicht aus, da muss man schon irgendwie halt in einer gewissen Position, halt in der Forschungswelt auch akzeptiert sein, und da gibt es auch eine Möglichkeit, das irgendwie halt zu gucken, wie oft, oder wie viel publiziert ein Forscher, wie oft wird er zitiert, es gibt schon nachher Punkte, Sachen bewerten zu können, und da ist es halt, wenn wir erreichen können, dass in ein paar Jahren solche Gedankengänge, wie Leute was prüfen, selbstverständlich sind, dass niemand mehr irgendwie herkommen muss und sagen, das ist Blödsinn, weil einfach Blödsinn von sich selbst aus keinen Bestand mehr haben kann, weil alle Leute selber nachdenken, und zwar wirklich nachdenken, ich glaube, das ist ein bisschen weithingedacht, aber ich hoffe, dass wir irgendwann da hinkommen werden, und das wäre so mein Wunsch irgendwie als Hilfe zur Selbsthilfe und das halt weitergeben, Leute, prüft alles. Vielen Dank, wir gehen jetzt in die Pause, wir danken auch nochmal ganz herzlich allen Beteiligten im Chat und allen Einsendungen über presse.di-heidelberg.de Wir sind noch weiter für Sie da, der Livestream bleibt stehen, es ist der gleiche Link, ihr könnt also einfach angeschaltet lassen oder nachher wieder einschalten. Wir kommen um 1 Uhr zurück, 13 Uhr geht es weiter, und Alia Pagin wird uns sozusagen nochmal einen Ausblick geben auf die persönlichen Möglichkeiten, eine innere Haltung zu entwickeln, gerade auch mit dem Stichwort, was kann ich tun, wenn es dazu kommt, dass ich konfrontiert werde mit Schwurbel oder Krudenabgründen. Und ich glaube, viele von uns teilen diese Erfahrung und sind so ein bisschen machtlos und wissen irgendwie nicht so genau, wie kann ich darauf reagieren, muss ich darauf reagieren, und dann soll ich einfach nur die Frage stellen, warum glaubst du das, warum will ich mich überhaupt sozusagen so tief darauf einlassen und so weiter. Aber im Zusammenhang mit Medienkompetenz und zwar on und offline, also die Frage, wie können wir auch vielleicht bei gedruckten Blättern und im Netz dann parallel, sagen wir mal nochmal, eine Kompetenz aufbauen, die wir als eine ganz essentielle Kulturtechnik verstehen, das heißt also, das Internet verstehen sozusagen, auch Wirkungsweisen und Funktionsweisen von Algorithmen und Technik zu verstehen, aber auch den Presse-Selbstverständnis von professioneller journalistischer Arbeit. Das wird nachher alles Thema sein, zwischen eins und zwei. Und ich freue mich auf alle, die dabei bleiben und ich freue mich auch auf alle, die neu dazukommen später. Und ja, bleiben Sie so aktiv und genießen Sie das sonnige Wetter, wenn es draußen sonnig ist, ist eine Stunde lang. Nehmen Sie was zu sich und ja, kommen Sie wieder, bleiben Sie treu beim DRI Home. Vielen Dank, bis später. Vielen Dank, Rüdiger Reinhardt, für die tolle Detailreise-Einführung. Und dergoldeneraluhut.de ist immer ein Adresse, wo Sie sich also melden können, um im Zweifelsfall noch mehr Details zu erfahren. Dankeschön. Vielen Dank. Alles klar, der Ton müsste bei mir jetzt auch da sein. Ja. Ja, herzlich willkommen zurück. 13 Uhr, Punktlandung. Schön, dass ihr und sie wieder da seid. Für alle, die neu dazukommen sind jetzt um eins. Wir haben jetzt einen Beitrag von Alia Pagin, die anschließt an einen Vormittag, den wir gemeinsam mit der Goldene Aluhut-UG aus Berlin bestritten haben und uns sozusagen den Reigen von Verschwörungstheorien und Schwurbelabgründen angeschaut haben gemeinsam. Und jetzt geht es darum, dass uns Alia Pagin als Medienpädagogin was auf den Weg gibt mit ihrer Präsentation und ihrem Vortrag, was wir nutzen können, vielleicht um eine Haltung auch zu entwickeln und handlungsfähig zu bleiben in der Begegnung und in der Konfrontation mit Verschwörungstheorien, False Facts, Hate Speech, etc. Also ich begrüße ganz herzlich, wir schalten gleich um nach Frankfurt, glaube ich, ist sie. Und herzlich willkommen Alia Pagin in unserer heute DAI Home-Veranstaltung in Kooperation mit der GEW aus dem Saal, aus dem großen Saal des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Heidelberg. Viel Spaß und ich freue mich auf lebendige Unterhaltung im Chat. Ich freue mich auch über Fragen und Nachrichten an presse.dai-heidelberg.de Die findet ihr auch unten im Kommentar und meine Kollegin Sarah, die uns an der Regie unterstützt und technisch wird das Forum mit moderieren und da auch weitere Informationen reinschmeißen, die uns gefallen oder nicht gefallen oder auch die wir brauchen und so. Ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir natürlich uns an alle Regeln des gesunden Menschenverstands und der vornehmen Gesprächsführung und Unterhaltung im Chat halten und uns im Zweifelsfall das Recht vorbehalten, einzelne Stimmen, die uns stören, zu muten oder auch ganz aus dem Chat zu entfernen. Deswegen, wir freuen uns über konstruktive, sachliche Debatten und das Video wird auch im Nachhinein online sein, online bleiben. Das heißt, das kann weitergehen, die Diskussion. Und ja, Alia Pagin, du hast das Wort. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und habe wieder eine Menge gelernt im Laufe des Vormittags. Man lernt ja nie aus, auch über den Chat übrigens, aber da werde ich gleich nochmal im Laufe meines Vortrags eingehen. Ich möchte gleich voranschicken, ich teile meinen Bildschirm mit euch, dass das ein sehr, sehr, sehr großes Thema ist für eine sehr, sehr begrenzte Zeit. Deswegen einfach nur der Hinweis, das ist jetzt quasi so eine Art Crash-Kurs, den ich hier veranstalten werde. Ich freue mich über Fragen, Anmerkungen und wie schon gesagt, konstruktive Kritik. Und nach dem Vortrag werden wir auch noch mal für Fragen direkt zur Verfügung stehen. Deswegen, without further ado, werde ich jetzt euch mitnehmen in eine, ja, in ein kleines, ich will euch quasi geistig mitnehmen in die Überlegung, wie hängen eigentlich Verschwörungserzählungen, Fake News und Hate Speech zusammen? Und wie arbeite ich konkret als Medienpädagogin dazu im Bildungsbereich, vor allem mit Kindern und Jugendlichen, die wir in dieser ganzen Debatte nicht aussparen sollten, aus unterschiedlichen Gründen. Deswegen erst mal ganz vorangestellt nach all dem, was wir heute an Fakten schon von Julia und Rüdiger gehört haben. Was hat das Ganze mit jeglichen Formen von Extremismus, Neonazismus und Populismus zu tun? Ich muss ganz deutlich voranstellen, dass ich mich da auf den Bereich Rechtsextremismus spezialisiert habe, weil sehr viele gezielte Falschmeldungen oftmals ganz klar mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu tun haben. Das ist der soziologische Begriff dafür, für alles, was mit Herabwürdigung und Diskriminierung zu tun hat. Und ich erkläre auch gerne, warum. Eigentlich haben es Julia und Rüdiger ja schon herausgestellt, ich wiederhole es gerne noch mal. Es geht letztendlich immer darum oder meistens darum, eine Gruppe von Menschen für irgendetwas verantwortlich zu machen. Und das spielt natürlich sehr stark rein in Stereotype, die da sehr, sehr häufig herangezogen werden. Und was letztendlich ja dann in Vorurteilen resultiert und die wiederum maßgeblich dafür verantwortlich sind, tatsächlich nicht individuell zu bewerten, sondern sehr schnell in Kategorien zu denken. Julia hat es auch schon herausgestellt. Übergeordnet kann man immer sagen, dass alles, was mit Verschwörungserzählungen zu tun hat, oder wenn man auf diese Diskurse eingeht, dann ist es eben meistens identitätsstiftend. Es geht oft darum, etwas zu wissen, was sonst keiner weiß. Das größte Problem, was ich damit habe, ist tatsächlich, wo bleibt die zivilgesellschaftliche Verantwortung? Also wenn ohnehin alles vorgegeben ist und quasi wenige Menschen, egal in welcher Konstellation, einen Plan durchführen, von dem wir Schiepels, Schlafschafe, alle nichts wissen, was wäre dann noch ein Grund für mich, als mündige Bürgerin wählen zu gehen oder etwas zu recherchieren oder meine Stimme in der Öffentlichkeit zu erheben. Also das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Und es gibt natürlich einen klaren Nachweis leider mittlerweile darüber, inwieweit diese Ideen und Diskurse dazu führen können, dass Menschen, die so etwas glauben oder diesen Vorurteilen anheimfallen, dann tatsächlich losziehen und Gewalt ausüben. Wir haben das jetzt in den letzten Monaten leider sehr deutlich noch mal wahrnehmen müssen über den Vorfall oder das Attentat in Christchurch in Halle und in Hanau. Also das nur ganz übergeordnet, warum das tatsächlich eine große Gefährdung auch für demokratische Prozesse letztendlich ist. Mir ist es ganz wichtig, noch mal voranzustellen, wie können wir eigentlich unterscheiden zwischen radikal, extremistisch, neonazistisch und populistisch, weil das alles Begrifflichkeiten sind, die spätestens mit der Wahl von Donald Trump sehr häufig durcheinandergeworfen werden. Und da gibt es zumindest in Deutschland im Bundesamt für Verfassungsschutz eine ganz klare Definition, nämlich, dass radikale politische Auffassungen natürlich ihren digitimen Platz in einer pluralistischen Gesellschaft haben, extremistische Bestrebungen dagegen sich immer gegen den Kern unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung richten. Da ist schon eine ganz wichtige Unterscheidung zu treffen. Natürlich haben wir Meinungsfreiheit, oder sollen wir sogar, uns durchaus auch radikal äußern zu allen möglichen Vorgängen, Beobachtungen und so weiter. Aber extremistische Bestrebungen sind dann strafrechtlich relevant. Und deswegen möchte ich da gerne noch mal drauf eingehen, weil es ja auch um die Frage geht, wie verhalten wir uns gegenüber solchen Diskursen, die wir vielleicht in unserem direkten Umfeld oder im Internet erlinden. Bei Neonazis ist es klar, mehr oder weniger hoffe ich zumindest, Bekenntnis zur Ideologie des Nationalsozialismus. Und beim Populismus. Kindern tatsächlich erkläre ich das schon anhand des Beispiels sehr, sehr komplizierte Zusammenhänge oder sehr komplexe Zusammenhänge werden sehr vereinfacht dargestellt. Nur, dass wir noch mal ein Gespür dafür bekommen, über welche Formen von Diskursen wir eigentlich reden und wann wir tatsächlich mit Zivilcourage dagegen auch reagieren müssen. Hassrede, sogenanntes Hate Speech, es gibt keine feste Definition. Im Moment ist die Politik verzweifelt dabei, Gott sei Dank, da vielleicht sogar Gesetze dazu zu entwerfen. Das größte Problem ist aber nach wie vor, gerade wenn wir über digitale Medien sprechen, dass es sehr stark kontextabhängig ist. Also es hat ganz viel mit dem kulturellen Raum zu tun, in dem man sich bewegt, mit dem geopolitischen Raum. Es gibt unterschiedliche Rechtsprechungen zu bestimmten Symboliken und zu bestimmten Äußerungen, je nachdem, wo ich mich aufhalte. Das macht es sehr, sehr schwierig, dem strafrechtlich nachzukommen. Es ist vor allem aber ein politischer Begriff und kein sprachwissenschaftlicher. Und ich habe eine Definition mit reingenommen. Da sehen Sie und ihr schon, dass die Definition von 1997 ist. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, Hassrede gab es auch schon vor digitalen Medien. Also es ist kein Phänomen von Internetkultur. Es wird aber noch mal anders befähigt. Darauf gehe ich gleich noch mal ein. Die Definition vom Ministerkomitee des Europarats von 1997 ist, es sind alle Ausdrucksformen, die Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen auf Intoleranz beruhendem Hass verbreiten. Dazu anstiften, sie fördern oder rechtfertigen. Einschließlich von Intoleranz, die sich in aggressivem Nationalismus und Ethnozentrismus, der Diskriminierung und Feindseligkeit gegenüber Minderheiten, Migrantinnen und Menschen mit Migrationshintergrund äußert. An der Stelle eine kleine Anekdote. Ich zeige das eben auch Schülern, diese Definition und Schülerinnen. Und dann sagte ein Abiturient zu mir letztens, als ich die Frage stellte, fällt euch irgendwie auf, ob eine Gruppe nicht benannt ist in dieser Definition, die aber durchaus sehr viel mit Hassrede konfrontiert ist. Und dann fiel einer Schülerin auf, Frauen, die sind da nicht aufgeführt. Und wir erleben gerade in den letzten Jahren über die sogenannte Neue Rechte einen sehr starken Anstieg an Frauenfeindlichkeit in Form von sogenannten Antifeminismus. Und daraufhin sagte der Abiturient, der dabei saß, aber wieso, da steht doch Minderheiten. Frauen gehören doch zu der Gruppe von Minderheiten. Das nur als kleine Anekdote, weil ich es hochinteressant fand, dass ein 17-Jähriger im Jahr 2019 war das, glaube ich, Frauen als eine Gruppe von Minderheiten anmeldet. Es ist also kein Phänomen von digitaler Kultur, es wird lediglich sichtbarer. Das ist das, was wahrscheinlich jeder von uns kennt. Wir bewegen uns in der Regel in Netzwerken und in Freundeskreisen, wo in den meisten Fällen zumindest die Menschen um uns herum mehr oder weniger eine ähnliche Weltanschauung haben wie wir. Meistens, nicht immer. Über das Internet und über digitale Medien kommen wir aber auf einmal an Menschen oder an Aussagen von Menschen besser gesagt oder vielleicht auch in Social Bots, da gehe ich auch noch mal drauf ein, wo wir eben mit diesen Inhalten direkt konfrontiert sind, was wir vielleicht in unserem unmittelbaren Umfeld nicht sind. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Also Julia und Hülga haben es schon herausgestellt, es gibt diese Beispiele wie zum Beispiel die Impfgegner, wo ganz klar sozusagen der Diskurs, der sich erst rein theoretisch in Anführungsstrichen gebildet hat, durchaus in der Realität abbildet, so dass Politik und vielleicht auch Justiz handeln muss. Es geht grundsätzlich, so kann man das abkürzen, immer um eine Herabwürdigung und Diskriminierung. Am meisten Sorgen macht Mediensoziologen die Form der Normalisierung. Deswegen habe ich es in Anführungsstriche gesetzt. Also das heißt, Julia hat es vorhin auch schon angesprochen, Sätze wie, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen oder ich bin kein Nazi oder Verschwörungserzähler oder Rechter, aber und dann kommt Pünktchen, 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 da kann man alles Mögliche einsetzen. Und es gibt eben, was ich schon angesprochen habe, mit Christchurch, Halle und Hanau, einen Nachweis über die Korrelation zwischen Sprache und Handeln. Es geht also nicht nur darum, dass im schlechtesten Fall oder vielleicht sogar im Westenfall, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein paar Spinner, also so wird es ja dann betitelt, im Internet irgendwie irgendwas Merkwürdiges von sich geben, sondern es gibt tatsächlich die Handlungen dazu. Und das ist genau das Problem. Was auch wichtig ist, ist die sogenannte implizite Hassrede. Das Beispiel, was ich hier habe, ist, er ist Grieche, aber total fleißig. Mit den Kids arbeite ich oft zu dem Thema, indem ich sie frage, welche Vorurteile sie kennen. Da kommen dann Beispiele, so ganz klassische Beispiele irgendwie, wie, weiß ich nicht, Frauen können nicht Autofahren, Männer können nicht kochen, also sehr niedrigschwellig. Und wenn ich das dann umdrehe und sage, was ist denn, wenn ich sagen würde, weiß ich nicht, alle Deutschen sind pünktlich und alle Schwarzen können gut rappen, wie geht es euch mit solchen Vorurteilen? Das wird nicht so schnell in das Negativ-Konnotierte eingeordnet. Das heißt also, es ist wichtig, darüber zu sprechen, dass sowohl positive als auch negativ-Konnotierte Vorurteile immer sozusagen darauf abzielen, eine Gruppe von Menschen für irgendetwas verantwortlich zu machen. In dem Fall ist es der Grieche, von dem angeblich angenommen wird, dass er grundsätzlich nicht gerne arbeitet. Und deswegen wird herausgestellt, dass er, obwohl er Grieche ist, total fleißig ist. Es gibt eine sehr schöne Darstellung von Belltower News, früher Netz gegen Nazis. Da wurde nochmal aufgeschlüsselt, welche Elemente von Hate Speech oft greifen. In meiner Wahrnehmung sind es oft mehrere und nicht nur eine. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Es geht ganz häufig um eine Gleichsetzung, also Juden ist gleich Israel und Israel ist gleich Juden oder Schwarze ist gleich Afrika und Afrika ist gleich Schwarze. Die Verschwörungstheorien, da haben wir jetzt schon den ganzen Morgen sehr viel darüber gehört. Hier ist das Beispiel, Israel hat einen Anschlag auf die eigene Bevölkerung inszeniert, um von der Kritik an der Außenpolitik abzulenken. Bei den Jugendlichen höre ich sehr, sehr häufig, seit Jahren übrigens, der 11. September ist von den Amerikanern selbst inszeniert worden oder an dem Tag gab es keine Juden in den World Trade Center. Also das sind so die Diskurse, die mir im schulischen Raum sehr stark auffallen. Es geht häufig um eine Derealisierung, also eine verzerrte, realitätsabgehobene Konzeptualisierung durch Ausblendung von Fakten und in Form von Falschaussagen. Hier ist das Beispiel, alle Politiker hassen Deutschland. Und an der Stelle versuche ich schon, jüngeren Kindern zu erklären, in dem Moment, wo jemand alle formuliert, und es ist vollkommen egal, wer alle, ob das alle Schülerinnen sind, alle Lehrkräfte, alle Medienpädagogen, alle Leute, die in Bildungseinrichtungen arbeiten oder alle Deutsche oder alle Ausländer. Es ist vollkommen egal. Diese Form der Verallgemeinerung ist eigentlich schon die Vorstufe zu allem, was eben mit Herabwürdigung und letztendlich Diskriminierung zu tun hat. Das heißt, da müssen schon alle Antennen rausgefahren werden und zumindest kritisch nachgefragt werden, was oder wer mit alle gemeint ist. Dann gibt es die Gegenüberstellung von Wir-und-Ihr-Gruppen und das Konstruieren eines Handlungszwangs. Das hat Julia vorhin auch schon herausgestellt. Das Beispiel hier ist, wenn wir uns von denen weiter auf der Nase herumtanzen lassen, werden wir alle sterben. Also wir und die. Das ist ganz häufig der Fall. Und die Normalisierung von bestehenden Diskriminierung. Das Beispiel hier ist, ist doch kein Wunder, dass die Schwarzen so behandelt werden. Das Beispiel, was ich immer gebe, ist die sogenannte, ich sage das ganz bewusst, sogenannte Vergewaltigungsdepartement, weil in meiner Wahrnehmung gibt es keine Vergewaltigungsdebatte. Aber da hört man das auch immer wieder. Wenn die so durch die Gegend läuft, ist doch kein Wunder, dass sie und dann vergewaltigt wird, sexuell belästigt wird oder wie auch immer. Was da eigentlich passiert ist, das Opfer wird zum Täter gemacht. Und das ist besonders perfide. Die Frage, die sich mir gestellt hat, als Medienpädagogin schon vor einigen Jahren war, warum bilden sich diese, diese menschenverachtenden Inhalte vor allem in sozialen Netzwerken und digitalen Medien so stark ab? Und das liegt eigentlich auf der Hand. Ich würde sie nur gerne noch mal kurz mitnehmen in die, in die medienpädagogische Überlegung dazu. Zum einen findet Mediensozialisation von Kindern und Jugendlichen natürlich auch über digitale Medien statt. Es gibt also einen Zugang zu Jugendkulturen. Ich bin viel an Schulen unterwegs und da wird mir öfter erzählt, dass beispielsweise die identitäre Bewegung auf Schulhöfen auftaucht und Flyer verteilt. Da kann natürlich ein Hausverbot ausgesprochen werden. Das kann aber nicht ausgesprochen werden, wenn Kinder und Jugendliche sich mit digitalen Medien beschäftigen und sich dort bewegen und da sozusagen dann angesprochen werden von Gruppen, die vielleicht ideologische Absichten vertreten. Kostenfrei setze ich immer in Anführungsstriche. Wir wissen alle Big Data, diese ganzen Dienste sind letztendlich nicht kostenfrei. Wir zahlen immer mit unseren Daten, also zumindest bei den meisten groß kommerziell agierenden Unternehmen. Aber das ist natürlich auch ein klarer Vorteil, wenn ich meine Ideen und meine Ideologie in den großen, weiten Raum tragen möchte. Ich muss erst mal nichts dafür bezahlen. Es ist eine schnelle Verbreitung von Inhalten über Grenzen hinaus. Das liegt auf der Hand. Es gibt die Möglichkeit der Anonymität, wobei mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass sehr viele Menschen mit ihren Klarnamen sich sehr menschenverachtend äußern. Also da scheint irgendwie eine Hemmschwelle gefallen zu sein. Warum das so sein könnte, darauf gehe ich auch nochmal gleich drauf ein. Und der Begriff kalte Kommunikation ist an der Stelle ganz wichtig. Ich habe es gerade eben im Laufe des Vormittags nochmal in dem YouTube-Chat beobachten können. Kalte Kommunikation bedeutet alles, was nicht über die direkte Face-to-Face zwischenmenschliche Kommunikation passiert. Das heißt also, wir wissen, wenn wir miteinander sprechen, also wenn wir uns sehen und voreinander stehen und miteinander sprechen, dann spielt die sogenannte nonverbale Kommunikation, also alles, was wir nicht sagen, eine maßgebliche Rolle, eine größere Rolle als das, was wir uns eigentlich inhaltlich mitteilen. Und wenn wir tippen, und das ist vollkommen egal, ob das ein Kommentar ist in einem YouTube-Chat oder auf Facebook oder selbst bei einer E-Mail, die wir schreiben, fehlen all diese Hinweise darauf, wie jemand etwas meint beispielsweise. Also das ist einer der Gründe, warum wir alle diese Emojis einsetzen, weil wir dann zumindest ansatzweise mitkommunizieren können, ob wir etwas sehr lustig oder sehr traurig oder nicht so ernst meinen und so weiter. Und bei dieser kalten Kommunikation fällt eben auch mit rein, dass wenn ich zum Beispiel in einen Chat schreibe, eine Beleidigung oder eine Diskreditierung, egal ob jemandem persönlich gegenüber oder gegenüber einer Gruppe, muss ich nicht sofort aushalten, wie diese Person oder diese Gruppe darauf reagiert. Und das ist ein Erklärungsansatz dafür, dass die Hemmschwelle im Netz so gesunken ist und Menschen offensichtlich es ihnen nicht schwerfällt, solche Inhalte in einen Chat zu schreiben, aber vielleicht noch mal zweimal drüber nachdenken würden, wenn sie vor jemandem stünden und das jemandem ins Gesicht sagen müssen. Und warum so erfolgreich? Und das ist das A und O und da ist ja Rüdiger auch schon sehr schön darauf eingegangen. Es fehlt ein kritischer Umgang mit Inhalten. Also wenn ich mir anschaue in meinen Netzwerken und die bestehen ausschließlich aus Erwachsenen wohlgemerkt, dann muss ich eine Lanze für Kinder und Jugendliche brechen. Diese ganzen Inhalte werden von Erwachsenen generiert. Die werden im schlechtesten Fall von Kindern reproduziert, aber erstellt werden sie in erster Linie aus einer Erwachsenenwelt heraus. Und wenn man da nicht zweimal hinschaut und kritisch nachfragt, wo kommt eine Information her? Recherchekompetenz, Quellenrecherche, alles, was gerade schon im Laufe des Vormittags erklärt wurde, kann ich eben im schlechtesten Fall auch eine gezielte Falschinformation weiterverbreiten. Kinder und Jugendliche werden häufig mit medialen Inhalten alleine gelassen. Wenige Eltern wissen überhaupt, wo sich ihre Kinder gerne aufhalten. Wenn sie ein Elternteil sind und jetzt gerade interessiert zuhören, meine Bitte an sie, fragen sie bitte ihre Kinder und Jugendliche, egal wie alt sie sind, ob Kind oder Jugendlich, warum sie sich so gerne auf bestimmten Plattformen aufhalten. Das ist nämlich wichtig, Kinder und Jugendliche da auch ernst zu nehmen und sozusagen wahrzunehmen, an welchen Stellen sie beispielsweise einfach dazugehören wollen. Weil eben alle, weiß ich nicht, einen Instagram-Account haben, sind sie neugierig und wollen eben auch wissen, was da los ist. Also es ist wichtig, die Kinder und Jugendlichen dabei zu begleiten und eine adäquate Medienerziehung auch in einer Vorbildfunktion vorzuleben. Das nächste Problem ist, Betreiber von Webseiten, Plattformen, Netzwerken können Inhalte nicht sofort überprüfen. Es wird wahnsinnig viel Content jede Sekunde, jede Minute weltweit generiert und natürlich versuchen große Anbieter über Algorithmen gewaltverherrlichende, pornografische, menschenverachtende Inhalte herauszufiltern. Aber aufgrund der Masse ist es eben nicht möglich, das alles immer sofort zu überprüfen. Und das nächste Problem ist, auf welchem Server sind welche Inhalte hochgeladen worden und wie zugänglich sind dann solche Inhalte, auch für die strafrechtliche Verfolgung, wenn sie in einem Land stehen, wo eben eine ganz andere Gesetzesvorlage quasi überhaupt intervenieren könnte. Es gibt unterschiedliche Rechtsprechungen, also die Swastika oder das Hakenkreuz ist in Deutschland und in Österreich, soweit ich weiß, als Symbol verboten, in anderen Ländern aber nicht. Das ist auch eine große Herausforderung und sogenannte Social Bots, also Programme, die so tun, als seien sie Menschen in sozialen Netzwerken, können eben auch, das ist nicht die Masse an Inhalten in sozialen Netzwerken, aber die können auch in sehr kurzer Zeit sehr viele Inhalte generieren. Was übrigens mit ein Grund ist, warum ich nicht grundsätzlich sagen würde, immer Gegenrede hilft, aber da gehe ich auch später noch mal drauf ein. Dann gibt es eine Theorie, die vielleicht einige von Ihnen schon mal gehört haben, nämlich die Theorie der sogenannten Filterblasen oder Echokammern. Da geht es im Grunde genommen darum, dass wenn ich digitale Medien und soziale Medien nutze, dass in dem Moment, wo ich mich einlogge, Algorithmen entscheiden, was mir angezeigt wird und wenn ich dreimal auf links geklickt habe, wo eben bestimmte Inhalte mit Schlagwörtern herausgestellt sind, dann wird das nächste Mal, wenn ich in diese Programme gehe, werden mir zu diesen Schlagwörtern weitere Inhalte generiert, sodass ich den Eindruck habe, die ganze Welt in meinem Umfeld spricht irgendwie über die Themen, die mich persönlich am meisten interessieren. Und das ist ein Erklärungsansatz in der Sozialforschung, warum so viele Menschen sich sozusagen in Ideen verrennen, ohne dass es eine kritische, alternative Stimme dazu geben kann. Es gibt aber aus der Medienwissenschaft auch den Hinweis, dass wir uns alle im realen Leben auch in einer Filterblase bewegen. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, nämlich indem ich einen bestimmten Freundeskreis bewusst aussuche, der in der Regel eben auch eine ähnliche politische, gesamtgesellschaftliche Weltanschauung nicht habe. Medial übrigens genauso. Es ist sehr selten, dass man zwischen Medien wechselt. Also ich sage es mal ganz niedrigschwellig, wenn ich irgendwie die Süddeutsche Zeitung lese, werde ich nicht irgendwie an einem Tag beschließen, dass ich zu einer Bildzeitungsleserin werde. Ja, also das sind alles Filterblasen, auch medial, mit denen wir uns umgeben, wo wir mehr oder weniger zumindest irgendwie in unserer Weltanschauung medial auch nochmal uns bestätigen lassen. Und das gilt für jeden. Das gilt eben für alle. Und das sind Erklärungsansätze, warum sich das gerade über den digitalen Raum so stark verbreitet hat. Ganz aktuelles Beispiel an der Stelle, die sogenannte Black Lives Matter Bewegung und der Mord an George Floyd in den USA letzte Woche und die ganze Protestbewegung, die im Moment stattfindet. Achten Sie da selber mal drauf. Ich habe ein paar Seiten rausgesucht. Sie können mich auch anmelden, wenn Sie das nochmal genauer interessiert, dann schicke ich Ihnen gerne Material dazu. Aber im Grunde genommen lassen sich die Bilder im Moment sehr stark aufschlüsseln, also von den Protesten in den USA in entweder Gewaltbereitschaft und Plünderung. Das ist ein Erzählstrang, den zum Beispiel Fox News sehr stark verbreitet. Also das sind keine legitimen Proteste von Menschen, die auf ein gesamtgesellschaftliches Problem aufmerksam machen möchten, sondern das sind gewaltbereite, zerstörerische Kräfte, die im Grunde genommen nichts mit demokratischen Prozessen am Hut haben. Und das steht sehr stark entgegen medialer Berichterstattung wo beispielsweise in den letzten Tagen sehr viele Bilder veröffentlicht wurden, dass einige Polizisten der amerikanischen Polizei sich beispielsweise mit den Demonstrierenden solidarisiert hat. Oder die ganzen, also die Mehrheit an Protesten, die absolut friedfertig und ohne Gewalt und sehr leise und sehr politisch gerechtfertigt einfach gegen einen gesellschaftlichen Missstand und politischen Missstand aufmerksam machen. Also das als ganz aktuelles Beispiel, wie sich diese Filterblasen generieren können. Je nachdem, welche Medien ich nutze, bekomme ich unterschiedliche Eindrücke von von ein und derselben Veranstaltung im schlechtesten Fall. Also das nur als aktuelles Beispiel, um nochmal auf diese Schwierigkeiten von Filterblasen hinzuweisen. Es gibt kein Gesetz gegen Hate Speech, aber das sind mögliche Straftatbestände, die oft greifen, also verbotene Symbole, das Hakenkreuz in Deutschland ist so ein Beispiel dafür, Beleidigung, Volksverhetzung, also die Leugnung des Holocaust beispielsweise ist ganz klar Volksverhetzung, üble Nachrede, Verleumdung, öffentlicher Aufruf zu Straftaten, Bedrohung, Nötigung, Recht am eigenen Bild und auch Tonaufnahmen. Das sind alles Straftatbestände, die durchaus greifen, wenn man auf Inhalte stößt in digitalen Medien, wo eben beispielsweise Verschwörungserzählungen weiterverbreitet werden oder eben auch ganz klare Herabwürdigung, Diskriminierung von Einzelnen oder Gruppen von Menschen. Ich sage das so bewusst, weil ich gleich noch mal auf die digitale Zivilcourage zu sprechen komme. Dann ist die größte Herausforderung für uns als demokratische Gesellschaft das Argument von sogenannter Meinungsfreiheit. Ich habe hier ein Beispiel rausgesucht, das kennen vielleicht auch einige, das war ein Schild, was im Rahmen einer Pegida-Demonstration ist, mir ist aufgefallen, was skandiert hat, Rapefugees not welcome, also ein Begriff, der quasi zusammengesetzt ist, Entschuldigung, zwischen dem englischen Wort Rape, also Vergewaltigung und Refugees, Geflüchtete. Und dieses erfundene Wort, also im Grunde genommen sowas wie Geflüchtete, die Vergewaltigen sind nicht willkommen, ist zu einer Anzeige gebracht worden und tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft in Leipzig bekannt gegeben, dass die Ermittlungen eingestellt werden, weil genau dieser Ausspruch unter die freie Meinungsäußerung in Deutschland fällt und nicht unter sogenannte Hassrede. Und ich finde es an der Stelle auch wichtig, nochmal herauszustellen, die Argumentation von, ich glaube auch, ich glaube Höcke hatte das auch auf dem T-Shirt, war tatsächlich, die Übersetzung ist nicht Geflüchtete vergewaltigen und sind deswegen nicht bekommen, Entschuldigung, nicht willkommen, sondern die Auslegung war Geflüchtete, die Vergewaltigen sind nicht willkommen und damit fällt es unter freie Meinungsäußerung und das will ich nochmal ganz klar herausstellen, weil die freie Meinungsäußerung das wichtigste Gut ist, was wir in einer demokratischen Gesellschaft besitzen, neben natürlich die Würde des Menschen ist unangreifbar und wenn es quasi zwei Auslegungsmöglichkeiten gibt, ist es umso wichtiger, nochmal darauf hinzuweisen, dass es eben diese Instanz gibt von der Justiz, die eben ganz klar sagt, Meinungsfreiheit ist da wichtiger als eben, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Befindlichkeiten von Menschen, die das anders interpretieren. Pädagogisch heißt es noch lange nicht, dass wir das so stehen lassen können. Es ist wichtig, darüber ins Gespräch zu gehen, was eine solche Aussage im schlechtesten Fall mit Menschen macht, die ohnehin irgendwo schon mal gehört haben, dass Geflüchtete beispielsweise besonders häufig verbreitigen, was übrigens in keiner Untersuchung dazu jemals belegt wurde, aber deswegen ist es so wichtig, eben herauszustellen, es geht nicht nur um strafrechtlich relevante Bereiche, sondern eben auch um freie Meinungsäußerung, nochmal, die wahnsinnig wichtig ist, aber pädagogisch und wir reden hier über den Bildungsbereich, müssen wir über solche Aussprüche ins Gespräch kommen, um Kinder und Jugendliche nicht mit solchen Ideen alleine zu lassen und viele Erwachsene wahrscheinlich auch nicht. Das überspringe ich jetzt mal aufgrund der kurzen Zeit. Ich würde jetzt gerne noch ein Beispiel geben, wie man sozusagen gezielte Falschinformationen und eben auch oft, das geht oft in den Boulevardesten-Bereich, wie Julia auch schon herausgestellt hat. Ja, also da gibt es, ich habe es im Chat vorhin auch gesehen, da wurde ganz oft von den Medien gesprochen. Das ist genau das, was ich am Anfang meinte mit alle. Es ist auch vollkommen illegitim, von allen Medien zu sprechen, weil die gibt es so nicht. Ja, also wenn, dann muss man genau hinschauen, über welche medialen Form wir sprechen und wenn es um große Medienangebote geht und zum Beispiel Tageszeitungen, gibt es einen signifikanten Unterschied, ob ich die Bild-Zeitung lese oder beispielsweise die Falsch. Ganz klar. Und mit Kindern arbeite ich immer zu dem Thema so, dass ich nochmal herausstelle, ihr solltet zumindest vorsichtig sein, wenn folgende Aspekte von euch wahrgenommen werden. Reißerische Titel, aufgeregte, emotionale Sprache, fehlende Quellenangaben für behauptete Fakten, was Rüdiger auch schon herausgestellt hat. Text oder Videos wird erst nach Weiterklicken angezeigt. Da geht es oft um Clickbaits, wenn ich irgendwie umgeleitet werde auf eine Seite, die in den meisten Fällen tatsächlich kommerziell agiert und dementsprechend einfach für Werbeanzeigen nachweisen muss, dass sie besonders viele Klicks generiert haben. Kampfbegriffe wie Lügenpresse werden verwendet, das kennen wir auch alle aus einem bestimmten Diskurs. Offensive, schockierende Fotos oder Teaser zu solchen Fotos. An der Stelle nur der Hinweis, das sprengt jetzt den Rahmen, aber das ist medienpädagogisch und medienwissenschaftlich auch sehr wichtig. Wo fängt sozusagen die Würde eines Menschen an, diskreditiert zu werden über die visuelle Kommunikation? Also mich hat es sehr irritiert, dass die letzten Tage eben diese Nahaufnahmen von dem Mord an George Floyd so wahnsinnig oft reproduziert wurden. Ich kann verstehen, dass über ein solches Foto oder über ein solches Video viel schneller emotionalisiert wird. Genauso arbeiten Boulevard Medien. Aber dennoch muss ich darauf hinweisen, dass wir in dem Moment dabei zugucken, wie ein Mensch umgebracht wird. Und wir reden nochmal über den Bildungsbereich. Das heißt, wir reden auch über Kinder und Jugendliche, die natürlich solche Bilder zu sehen bekommen. Und da müssen wir wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht, im schlechtesten Fall, ein Kollege von mir hat das Gewaltpornografie genannt, dass wir sozusagen Gewalt so oft reproduzieren, dass sie im schlechtesten Fall abstumpft und wir irgendwann überhaupt nicht mehr emotional darauf reagieren. Verschwörungstheorien oder Erzählungen werden als Tatsachen verbreitet. Das habe ich aus dem Standard, das hat er vor ein paar Jahren schon zu dem Thema Fake News veröffentlicht. Ich habe das noch ergänzt um Vorsicht, wenn beispielsweise bei Headlines ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen gesetzt wird. Das ist meistens sehr problematisch. Ein berühmtes Beispiel ist, die Bild-Zeitung hat im Spätsommer 2015 mit einem riesengroßen Foto von Angela Merkel die Frage gestellt, lügt Merkel? Fragezeichen. Ist auch gerügt worden für die Berichterstattung und hat dann argumentiert, wir haben nicht gesagt, dass Frau Merkel lügt, wir haben die Frage gestellt, ob Frau Merkel lügt. Was es emotional macht, ist eigentlich relativ klar. Und ergänzend dazu noch, was ich vorhin schon sagte, Pauschalisierung gegen gesellschaftliche Gruppen, Religion, ethnische Gruppen, Nationen. Man kann das beliebig weiterführen. Es gibt übrigens auch Altersdiskriminierung, es gibt Bildungsdiskriminierung. Also alles, was sozusagen grundsätzlich von allen spricht. Also sämtliche Formen von Pauschalisierung. Bitte, bitte immer vorsichtig sein. Und genau diese Regeln zeige ich eben Kindern und Jugendlichen und dann, um so ein medienpädagogisches Beispiel zu geben, bitte ich diese Kinder und Jugendlichen, ihr dürft jetzt selber Fake News machen. Und das hat einen großartigen Effekt. Die Kinder sind wahnsinnig fit, was das angeht. Also die verstehen in einer sehr kurzen Zeit, was sie sozusagen berücksichtigen müssen, um die Aufmerksamkeit für eine bestimmte Meldung zu generieren. Und das hier ist ein Beispiel aus einem siebten Jahrgang einer Frankfurter Schule. Und ich war begeistert. Der Schulleiter war ziemlich schockiert, um das mal deutlich zu sagen. Der hat nicht damit gerechnet, dass die in der siebten Klasse sich schon mit solchen Themen auseinandersetzen. Ich zitiere ihn. Und da haben sie eben eingehalten, was für Regeln an, sozusagen passt auf, wenn ihr folgende Informationen irgendwo wahrnehmt, egal ob in in klassischen Massenmedien oder eben im Internet. Und das ist ein schönes Beispiel, dass sie sofort verstanden haben, wie das funktioniert. Die Überschrift ist, jeder dritte Fünftklässler in Frankfurt nimmt Drogen. Ausrufezeichen. Drunter in kleinerer Schrift, wie man hier sieht, gibt es einen Fotobeweis. Wunderbares Foto, was sie da irgendwie entweder selbst gemacht haben oder generiert haben aus dem Netz. Dann unter dem Bild Lehrer, Doppelpunkt, Zitat, auf einmal schreiben die Kinder bessere Noten, aber kommen stinkend und mit roten Augen in die Schule. Chantal, zehn Jahre, ich fühle mich sehr gut. Und dann drunter der Textabschnitt, wollen Sie das Joints in Frankfurt legalisiert werden, dann spenden Sie an unsere Webseite www.legale-joints.de zehn Euro oder spenden Sie hier www.kinder-helfen.de wenn Sie bedürftigen Kindern helfen wollen. Wir nehmen Spenden ab zehn Euro an. Die haben in kürzester Zeit, mein Input war vielleicht 30 Minuten max, haben die verstanden, wie das funktioniert. Und wenn man selber, sozusagen selber mal Medien aktiv geworden ist und verstanden hat, wie einfach es ist, Leute emotional oder eben mit ihrer Aufmerksamkeit zu bekommen, dann hat man automatisch im passiven Medienkonsum einen anderen Zugang. Das heißt, das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie man mit Kindern und Jugendlichen so etwas sehr schnell dekonstruieren kann. Auch noch ein schönes Beispiel, ich muss nicht viel dazu sagen, haben Sie wunderbar beobachtet, was für Bilder zu einem Treffen mit Merkel und Macron vor einigen Jahren kursiert sind. Alles richtig gemacht, Merkel und Macron, lieber auf den ersten Blick. Am 17.11.2017 wurde dieses mysteriöse, da fängt es schon an, Foto aufgenommen, auf dem die deutsche Politikerin Merkel mit dem französischen Präsidenten Macron offensichtlich sehr vertraut wirkt. Haben die beiden eine Affäre? Fragezeichen. Seehofer meint, bei denen hat es gefunkt. Siebter Jahrgang, so viel zu dem, der apolitischen Generation, die irgendwie nichts mitbekommt. Das kann man in keinster Weise halten. To-dos. Was können wir tun, was sollten wir tun und was sind sozusagen Lösungsansätze? Das eine ist schon sehr, sehr schön von Rüdiger besprochen worden und Julia hat da auch schon viele, viele gute Hinweise gegeben. Es geht letztendlich immer um Recherche und Informationskompetenz, also eigentlich um Medienkompetenz. Wo kommt eine Information her? Mit welcher Absicht ist eine Information verbreitet worden? Gibt es verschiedene Quellen dazu? Gibt es eine einzige Quelle, die ständig reproduziert wird? Das Gleiche gilt für visuelle Kommunikation, nicht für Text, genau wie Rüdiger das wunderbar schon angeleitet hat. Es geht letztendlich um Medienkompetenz und eigentlich müsste jeder von uns sozusagen einen Exkurs in Medienkompetenz besuchen. Ich spreche gerade mit den falschen Leuten, weil sie sind ja heute hier, um sozusagen sich zumindest anzuhören, was wir zu dem Thema zu sagen haben. Aber letztendlich ist es etwas, was viel stärker noch in den Schulkurricula verankert werden sollte, weil es uns alle trifft. Medien sind meinungsbildend. Und deswegen ist es so wichtig, eben auch nochmal, wenn wir von Medien sprechen, zu unterscheiden, über welche Medien sprechen wir. Und wenn Studierende von mir kommen und sagen, schauen Sie mal, Frau Pagin, das steht aber im Internet, kann ich nur antworten, nur weil es im Internet steht, heißt es noch lange nicht, dass es irgendwie Hand und Fuß hat. Ganz klar. Ganz wichtig und meine Forderung immer wieder an alle Eltern, an alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, es geht um die Begleitung. Es geht nicht um die physische Begleitung. Es geht nicht darum, daneben zu sitzen, sondern es geht darum, ernst zu nehmen, mit was sich Kinder und Jugendliche auseinandersetzen und eben bei vielen Inhalten einfach sozusagen nochmal ein Gegennarrativ im besten Fall zumindest zur Verfügung zu stellen. Das heißt nicht, dass Kinder und Jugendliche weiterhin YouTube-Videos gucken werden oder Formate wie beispielsweise, ich gebe mal ein konkretes Beispiel, Germany's Next Topmodel, wo ich ein Problem als Frau mit habe. Das werden junge Frauen weiterhin gucken und gerne gucken aus unterschiedlichsten Gründen. Wenn ich aber aufzeige zumindest, warum ich ein Problem mit solchen Formaten habe, dann wird sich das früher oder später auszahlen, weil es sozusagen eine Alternativerzählung zu diesem sehr medialstarken Diskurs gibt. und deswegen ist es so wichtig, tatsächlich Kinder und Jugendliche zu begleiten und zwar nicht, weil sie doof sind, das muss ich nochmal ganz deutlich sagen, sondern weil sie noch nicht die Lebenserfahrung, das Alter und vielleicht den Bildungszugang haben konnten, um sowas schnell einordnen zu können. Und last but not least geht es immer um Zivilcourage und zwar sowohl online als auch offline. Also wenn ich ansehe, wie viele Menschen bestimmte Inhalte mitbekommen und nicht reagieren, also im Sinne von, es geht gar nicht so sehr darum, direkt in die Diskussion mit jemandem zu gehen, der ganz klar menschenverachtende Inhalte generiert, sondern es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, wenn beispielsweise der Holocaust geleugnet wird, was ganz klar unter, es ist strafrechtlich relevant, da geht es nicht darum, ins Gespräch darüber zu gehen, ob der Holocaust stattgefunden hat oder nicht. Da setze ich eine klare Grenze, da geht es darum, die Inhalte zu melden bei den Plattformen oder sogar direkt bei der Polizei, weil es dann eine Strafanzeige gibt. Also da werde ich auch nicht drüber diskutieren. Was anderes ist es, wenn ich von Jugendlichen höre, du Jude, Alter, das ist strafrechtlich nicht relevant. Wenn ich aber nachfrage, warum sagst du das und was meinst du genau damit, kommt in der Regel ein Sammelsurium von klassischen antisemitischen Ressentiments. Und da muss ich ins Gespräch gehen, weil ich da nicht voraussetzen kann, dass eben ein Jugendlicher aus unterschiedlichsten Gründen nicht unbedingt weiß, was er da eigentlich reproduziert. Vielleicht kommt es vom Elternhaus, vielleicht kommt es irgendwie aus seiner Peer-Gruppe, vielleicht ist ihm das nie erklärt worden. Also da geht es darum, wirklich auch Haltung einzunehmen und tatsächlich ins Gespräch zu gehen, auch wenn es nicht strafrechtlich relevant ist. Hier nochmal die Seiten. Wir haben es jetzt eigentlich schon ein paar Mal gehört heute, aber was ich immer empfehle, ist die Broschüre, die von Julia und Julia erstellt wurde, nämlich Verschwörungsideologien und Fake News erkennen und widerlegen. Sehr, sehr empfehlenswert, weil da eben sehr viele Hinweise, die heute auch schon gegeben wurden, nochmal zum Nachschauen veröffentlicht wurden und die sehr hilfreich sind, um Informationen zu überprüfen. Mimikama ist heute auch schon genannt worden, sowie der Faktenfinder der Tagesschau. Es gibt einige Angebote dazu. Ich empfehle in der Regel, verschiedene Recherchetools zu nutzen und nicht nur eine einzige. Und ich bin erst mal durch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in der Zeit, ich bin ja wahnsinnig gut in der Zeit, ich bin gerade eine Minute vorher fertig. Unfassbar. Und freue mich jetzt auf Fragen. Ja, das war eine Punktlandung. Vielen Dank, Alia Pagin. Bevor Sie aber alle ausschalten oder sich verabschieden ins Wochenende, möchten wir jetzt 20 Minuten noch die Chance nutzen, eine Abschlussrunde zu machen und ein paar konkrete Fragen zu deinem Vortrag zu klären. Und hier sind zwei, gleich, die zum Teil schon im Chat andiskutiert worden sind, aber ich würde Ihnen gerne nochmal die Prominenz geben, die Sie verdienen. Nämlich, philosophisch gesehen sind Vor- minus Urteile, also Vorurteile, wichtig, um überhaupt zu Verständnis zu gelangen, beziehungsweise den Horizont zu erweitern. Wie lässt sich zwischen Vorurteilen und Vorurteilen zusammengeschrieben unterscheiden? Ganz, ganz wichtige Frage. Also es gibt tatsächlich einen Wissenschaftszweig dazu, die sogenannte Vorurteilsforschung. Und wir wissen, das klingt, glaube ich, mit der Frage auch so ein bisschen an, wir sind gar nicht in der Lage, keiner von uns, quasi alles permanent ohne Vorurteile zu betrachten. Das wäre so dermaßen Reizüberfluten, dass wir kognitiv überhaupt nicht mehr in der Lage wären, uns im Alltag zu bewegen. Vielleicht kann ich die Frage andersrum beantworten. Keiner von uns ist vorurteilsfrei und ich glaube, und wir werden es auch nie werden, also genau aus diesem Grund, es hat viel mit kognitiver Wahrnehmung zu tun und auch neurologische Prozesse natürlich, aber wichtig an der Stelle ist, dass man die eigenen Vorurteile reflektiert. Also wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich aufgrund einer bestimmten Erfahrung automatisch die Straßenseite wechsle, wenn eine Person mir entgegenkommt, die wie eine Person aussieht, mit der ich mal ein Problem hatte beispielsweise und das reflektiere, dann bin ich nicht so gefährdet, eben einer Gruppe von Menschen diese Zuschreibung zu machen, sondern mehr zu verstehen, wie ich selber sozusagen zu diesem Vorurteil gekommen bin. Das heißt nicht, dass ich dann vorurteilsfrei werde. Ja, aber sozusagen am einfachsten gesagt, alle. Also ich habe einfach ein Problem mit alle, weil es gibt einfach keine alle. Und wenn man das schon hinterfragt, dann kommt man, glaube ich, schon ein bisschen weit. Also es gibt gewissermaßen eigene Selbstreflexionen. Das hatten wir ja schon mehrfach auch als Punkt oder Werkzeug. Das ist ja auch ein wissenschaftliches Instrument. Also in vielen, gerade geisteswissenschaftlichen, soziologischen, bei den Ethnologen kenne ich das auch, dass die Selbstreflexion quasi schon als Methode, ohne dass es zu einer Nabelschau werden muss, dann zwangsweise erhöht wird, um sich seiner eigenen Prägung bewusst zu werden und im Zweifelsfall sich einer objektiven Beschreibung zu nähern, um sich dann auch bewusst zu sein, es gibt diese objektive Wahrheit eigentlich nicht, sondern wir müssen uns einfach in einem bewussten Austausch mit uns selbst, über die Bias und die Prägung bewusst werden, um ressentimentgeladener Sprache und gesellschaftlichen Dynamiken auch zu begegnen. Ja, vielen Dank. Das klingt so ein bisschen nach, wir wissen, was da ist, eine Konstruktion in gewisser Weise und wir lernen jetzt sozusagen das Handwerkszeug, das zu dekonstruieren und dem auch zu begegnen, indem wir sozusagen die Einzelteile auseinander gucken und die Einzelteile dieser Phänomene anschauen, um danach auch wieder ein verstärktes, vielleicht intuitives Gespür zu entwickeln, dafür, was sozusagen uns begegnet, weil wir ja nicht die Möglichkeit haben, wie du sagst, jede einzelne Kommentar zum Beispiel, man kann ja jetzt auch nicht auf jede Zahl hier eingehen oder auf jedes kleine Datum einzuordnen. Ich bin auch sehr dankbar für deinen Hinweis auf die pädagogische Verantwortung, denn wir müssen ja auch nur zweimal blinzeln, dann ist die Generation, die jetzt in der neunten ist, auf dem Arbeitsmarkt und steht sozusagen vor der Tür, entweder als Mitarbeiter oder als Verkäufer oder als Gast oder als Gesprächspartner. Wie würdest du denn sagen, ich bilde mir ein, also es gibt dieses Beispiel, was auch im Chat aufgetaucht ist, ob das Internet zumindest kalt die Dorf- oder Eckkneipe ersetzt. Welche Methoden funktionieren denn gut, um sozusagen nicht den Gap zwischen Online und Offline oder Keyboard und Face-to-Face, sondern zwischen den Jugendlichen und Erwachsenen zu überbrücken? Also wenn wir sagen, wir müssen da ins Gespräch kommen und so weiter und es ist in Familien und in der professionellen Arbeit, in Schulen wichtig, was ist denn sozusagen der wirksamste Zugang zu Jugendlichen, um zu sagen, jetzt geht es in der Richtung weiter, weil ihr euch da verantragt? Ich würde sagen, sie ernst nehmen tatsächlich. Also ich erlebe immer wieder, dass meine Erwachsenenwelt sehr gerne über Kinder und Jugendliche spricht, aber selten mit ihnen. Also tatsächlich dieses Interesse dafür zu haben, warum konstituieren sich Jugend- und Subkulturen im Netz beispielsweise. Also das ist ja auch nichts Neues, das verlagert sich nur lediglich oder es bildet sich zum Teil dort ab. Das heißt ja auch nicht, dass es nicht reell gelebte Jugendkulturen mehr gibt beispielsweise. Aber das ernst zu nehmen und tatsächlich, Julia hat es vorhin auch schon richtig angesprochen, auch nicht so schnell und das gilt für Erwachsene letztendlich auch, das Ganze irgendwie als, das ist alles Unsinn, irgendwie abzutun. Ich glaube, also wenn jetzt wirklich ein Mensch vor mir steht, der ganz klar formuliert, weiß ich nicht, Geflüchtete sind alle Terroristen und bringen irgendwie Corona ins Land. Da überlege ich mir durchaus zweimal, ob ich da ins Gespräch gehe, weil selbst wenn ich ins Gespräch gehe und eine Stunde darüber diskutiere, bin ich nicht sicher, ob ich tatsächlich diesen Menschen dazu bringen werden kann, seine ganze Weltanschauung durch ein einstündiges Gespräch über Bord zu werfen. Aber nochmal, Kinder und Jugendliche haben eben oft nicht eine Alternativerzählung dazu. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir da auch gerade im pädagogischen Bereich genau hinschauen und tatsächlich das ernst nehmen und eben mit Methoden, die eben auch von Rüdiger und Julia heute aufgezeigt wurden, versuchen sie dabei zu unterstützen. Wir müssen sie befähigen. Das ist eine Kulturtechnik. Medienkompetenz ist eine Kulturtechnik, die genauso unterrichtet werden müsste, wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Das ist nicht etwas, was uns in die Liege gelegt wird. Umso wertvoller dein Beitrag und deine differenzierte Arbeit in den Schulen. Ich bin so ein bisschen verführt zu dem Gedanken, wenn man jemanden ernst nimmt in seiner Ansicht, liebesermaßen, dann führt es vielleicht dazu, dass dieser jemand oder diese jemand diese Haltung vielleicht eher bereit ist zu hinterfragen oder zu begründen, als wenn man es als sozusagen Schwurbel, Verschwörungstheorie und sozusagen abtut und so. Und heute Morgen ist auch schon diese Differenzierung angeklungen. Liegt darin nicht vielleicht auch eine Chance sozusagen zu balancieren und die Brücke wieder zu schlagen und ins Gespräch zu kommen, abgesehen von dem totalen Abgrund und Hate Speech und so weiter, zu sagen, ich nehme jemanden wirklich ernst. Ich nehme jemanden wirklich ernst, der mir erzählt, die ist flach. Was haltet ihr davon? Vielleicht ist das auch ein Auftakt für die Abschlussrunde und wir können darauf nachher wieder eingehen. Weil mir geht es schon auch stark darum, nochmal zu klären, welche Haltung können wir sozusagen entwickeln oder mit welcher Haltung gehen wir durch die Welt. jetzt sind alle da. Aber vielleicht Alia erst, ja. Ja, ich glaube, Julia wollte gerade was sagen, aber ich habe noch nicht gehört. Julia, nochmal vielleicht? Na, wir haben noch keinen Ton. Ihr Ton fehlt für euch leider. Ihr dürftet doch eigentlich Ton von mir haben jetzt. Ja, natürlich. Genau, denn das ist tatsächlich etwas, was uns beim goldenen Aluhut auch echt mega wichtig ist. Wir amüsieren uns über Verschwörungsideologien, über die Mythen, über die Erzählungen und nicht über den Menschen. Deswegen sind ja bei uns auch alle Content-Screenshots zensiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei uns wird auch nicht der Onkel Heinz von nebenan als goldener Aluhut-Anwärter nominiert. Also wird vielleicht schon, aber wird von uns aussortiert. Das müssen Personen sein, die im öffentlichen Leben auftreten, die einen YouTube-Kanal haben, die prominent sind, die Demos veranstalten, die relevant sind. Richtig. Das kann nicht einfach irgendjemand sein. Da ist es uns unheimlich wichtig, die Privatsphäre dieser Personen auch zu schützen. Und also diese Einzelpersonen, die im Internet agieren. Und ich finde es auch sehr fragwürdig, Personen an die Öffentlichkeit zu zerren, die vielleicht eventuell an einer seelischen Erkrankung leiden und deswegen diesen verschwörungsideologischen Glauben halt eben in sich tragen. Da müssen wir halt eben sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich hatte das in meinem Vortrag auch gesagt, ihr müsst immer respektvoll bleiben. Das ist ganz wichtig, den Menschen gegenüber stets respektvoll zu sein. Wenn wir ihnen gleich mit Hate reagieren, mit dieser Negativ-Konstruktivität, mit der wir vorhin gesprochen haben auch, dann treiben wir sie nur in die Arme derer, die sie schon sehnsüchtig erwarten. Weil wir haben da draußen jede Menge Leute, die sich freuen, wenn wieder neue Leute in ihre Gruppe kommen und sagen, oh hey, meine Familie oder meine Freunde, die bezeichnen mich nur noch als Aluhut und nur noch als den Schwurbler und als Nazi. Und ich fühle mich voll missverstanden, weil eigentlich bin ich auf der Suche nach Antworten und auf der Suche nach Informationen. Und ich habe aber da im Internet gelesen, das so. Und dann kommen die her und sagen, ey Mensch, es ist doch schön, dass du bei uns bist. Wir kommen in unserer sozialen Gruppe und wir geben dir das, was dir die anderen nicht geben. Und zwar Verständnis für deine Probleme. Also es ist, wenn wir verstehen wollen, warum sich Menschen in Verschwörungstheorien zuwenden, müssen wir den Menschen verstehen und das ernst nehmen. Und ich habe vorhin auch in den Chat-Kommentaren gelesen, dass das vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen ist. Natürlich ist es wichtig, immer die Person dahinter respektvoll zu behandeln und ihre Sorgen ernst zu nehmen und ihre Nöte ernst zu nehmen. Das heißt nicht, dass wir die Person als dumm darstellen oder ihre Nöte als dumm darstellen. Aber dem Schwurbel, dem sie gefolgt ist, der ist dumm. Aber nicht die Person. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielen Dank. Ja, ich habe noch zwei ganz konkrete Fragen. Und zwar kommen die auch aus dem Chat, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich fange bei der zweiten Frage an. Da geht es um etablierte Medien und Zeitungen. Und ich lese direkt vor. Wie gehen etablierte Medien, Zeitungen etc. mit dem Druck nach Aufmerksamkeit und Besonderheit um? Emotionalisieren nicht alle auf gewisse Weise? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also zum einen wissen wir aus den vergangenen Jahren, dass es den auch großen Verlagshäusern sehr schlecht geht. Das ist ein riesengroßes Problem für den qualitätsjournalistischen Bereich, weil immer weniger Leute bei den zum Beispiel großen Tageszeitungen festangestellt sind und sehr viel verlagert wird auf freie Mitarbeiter. Und die Frage klang heute Morgen auch schon an. Natürlich passieren auch journalistische Fehler. Also es gibt ganz berühmte Beispiele, wo Publikationen Inhalte veröffentlicht haben, die absolut frei erfunden waren. Also bei der letzten Goldenen Aluhutverleihung gab es sogar einen Preisträger dazu, wo wirklich nochmal ganz wichtig ist zu sagen, Medien werden von Menschen gemacht und natürlich können Fehler passieren. Das ist aber ein großer Unterschied und wird in der Regel auch berichtigt, by the way. Aber es ist ein großer Unterschied zu diesen gezielten Falschinformationen, die es sich zur Aufgabe machen, letztendlich eine Ideologie oder Propaganda oder wie auch immer irgendwie zu verbreiten. Ich würde, kurze Antwort, ich versuche es kurz zu machen, weil da kann man eine Ringvorlesung zu machen. Wir müssen alle mehr Bereitschaft zeigen, auch für qualitätsjournalistische Inhalte zu zahlen. Also wenn ich irgendwie sage, nö, muss ich nett, ich muss auch keine Zeitung mehr kaufen, weil ich habe ja irgendwie Facebook und Instagram und wenn ich da in den Newsfeed gehe, dann kriege ich irgendwie auch mit, was in der Welt passiert. Nein, das ist genau das, was ich vorhin meinte mit dem schlechtesten Fall. Haben da Algorithmen irgendwann festgelegt oder legen permanent fest, was ich da gezeigt bekomme. Also ja, Emotionalisierung hat an der Stelle auch in großen, klassischen, qualitätsjournalistischen Medien spielt eine große Rolle. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze? Und das meinte ich vorhin mit Herabwürdigung oder Würde des Menschen ist unantastbar. Also inwieweit, achten Sie vielleicht mal selber drauf, inwieweit dieses Video und die Bilder von George Floyd, während er stirbt, von wem reproduziert wurden? Da sieht man schon, gibt es signifikante Unterschiede. Ja, ich habe noch eine zweite Frage. Danke. Gibt es im Bereich der Kinder- und Jugendpsychotherapie schon Modelle für einen therapeutischen Ansatz? Beziehungsweise soziologische oder psychologische Studien, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, inwieweit es einen solchen Behandlungsansatz gibt? Kennst du was? Behandlungsansatz für adäquate Medienerziehung, ist damit gemeint, vermute ich? Also ich kann es nur so übernehmen, wie es hier kam. Soziologische, psychologische Studien, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, inwieweit es einen Behandlungsansatz gibt. Also jetzt in Bezug auf tatsächliche Medienerziehung, Medienbegleitung, wüsste ich jetzt ad hoc nichts. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Das muss ich ganz klar sagen. Ich kenne nur sozusagen die Versuche zu dem Begriff, und den finde ich wiederum sehr problematisch, und das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema, aber sogenannte Online-Sucht. Da weiß ich, dass es sozusagen klinische Bemühungen gibt. Aber jetzt zu einer adäquaten Medienerziehung, wüsste ich jetzt nicht. Aber vielleicht, Julia, Rüdiger, wisst ihr was? Ja, vielleicht nicht unbedingt zur klassischen Medienerziehung. Das wäre mir jetzt auch neu. Allerdings fällt ja auch dieses ganze Konzept des ideologischen Missbrauchs, Verschwörungstheorien, die Erziehung mit Fake News und extremistischem Gedankengut angeht, ja auch in den Teil der Sektenberatung mit rein. Und da sind Traumatherapeuten, da sind Sektenausstiegstherapeuten, das ist das, wo ich vorhin auch noch mal ein bisschen aufgerufen habe und es hier an dieser Stelle auch noch mal mit dem Rotstriff unterstreichen möchte. Wir brauchen bitte mehr von euch. Wenn jetzt jemand hier zuhört, der oder die Psychologie oder Psychotherapie studiert und Psychotherapeutin werden möchte, bitte, wir brauchen dich dringend. Es gibt jede Menge Handlungsbedarf und Anlaufstellen werden benötigt und Leute, die beraten, zur Seite stehen. Vor allem auch Leute, die sich in der Pädagogik mit Kindern und Jugendlichen auskennen, dass sie auch für die Kinder dieser Familien da sein können, für die Partner in diesen Familien, die für sich selbst emotionale Skills brauchen, um sich von der Situation abzugrenzen. Das ist unheimlich wichtig, gerade auch für die Kinder und Jugendlichen, die jetzt gerade in der Abnabelungsphase sind, die jetzt eine Lehre beginnen, auf ihrem eigenen Leben stehen möchten und rausgehen in die Welt, aber trotzdem die ideologische Bindung ihrer Eltern haben. Also wenn ihr euch da motiviert fühlt, tätig zu werden, wenn das euer Berufsfeld ist, wirklich bitte, wir suchen euch dringend. Ja, und wenn ihr forschen möchtet, seid ihr auch herzlich willkommen. Also immer, wenn so Semesterzeiten sind, Semesterendezeiten, da werden wir total oft angefragt für Interviews und ob man unser Archiv haben könnte von unseren Feldforschungen und weil man eben in diesem Bereich forschen möchte. Und es kann sein, dass in den nächsten Jahren was kommt. Also mit viel Hoffnung und Freude sage ich, es kommt vermutlich etwas in nächster Zeit. Aber habt bitte Geduld und wenn ihr die Möglichkeit habt, wirkt aktiv daran mit. Das wäre großartig. Also ein ganz deutlicher Aufruf, sich zu vernetzen im Netz und auch natürlich persönlich. Es gibt hier einen Hinweis, der Begriff Verschwörungstheorie darf nicht dazu führen, möglicherweise berechtigte Kritik an realen Interessenverpflichtungen zu diskreditieren. Und da gehen wir sozusagen, ich will mal hier den Kreis schließen, nochmal ganz zum Anfang in einem Abschlussstatement zum Beispiel. Denn ihr interessiert euch ja auch im Einzelnen ja dafür, diese Fakten aufzudecken. Und dann kommt ja durchaus Interessenverpflichtungen ins Spiel. Also ich sage mal, Bill Gates prägt den Begriff der Gesundheit mit auf seine Art, indem er bei der WHO engagiert ist und so weiter. Aber er bestimmt ihn nicht und so weiter. Und diese Differenzierung geht unterwegs verloren. Und einen Gedanken hatte ich vorhin auch noch. Und ich vermisse so ein Wort den ganzen Vormittag, nämlich das ist das Wort Gerücht. Was ist denn mit dem Gerücht? Also ich stelle mir vor, es gibt ein Gespräch am Stammtisch und es behauptet jemand, was weiß ich, die Merkel gibt es gar nicht. Und oder was harmloseres oder was weniger abstruses. Und der Nächste sagt, das ist doch ein Gerücht so. Das halte ich für ein Gerücht. Und die Frage ist jetzt, wo ist diese Abstufung geblieben, diese Differenzierung? Und ist das ein Zeichen unserer Zeit, dass das sozusagen weiter auseinanderstrebt, diese extreme Haltung zwischen den Meinungen, die begründete Meinungen oder wenig gut begründete Meinungen sein können? Und wie können wir dagegen uns anstemmen? Oh, wir sind wieder da. Entschuldigung, wir hatten eine kleine Connection lost. Ja, ich habe aufgefüllt. Ja, das tut mir auch furchtlich leid. Das ist Homeoffice und manchmal laufen die Katzen auf die Tastatur und schließen. Die Katzen sind die. Genau, richtig. Das ist auch das, was ich meinte vorhin. Wir dürfen nicht jeden gleich mit der Aluhutkeule über die Birne ziehen. Ja, das verstärkt einfach auch die Leute. Nicht jeder, der berechtigte Kritik übt, ist ein Verschwörungsideologe, Verschwörungstheoretiker. Deswegen hört euch die Person an. Jetzt haben wir wieder einen Ton-Timeout. Ich würde vorschlagen, ich gebe noch ein paar Informationen zum DAI Home rein. Vielleicht bekommen wir alle drei nochmal zusammen für ein Abschlussstatement. Jetzt vielleicht? Hört ihr uns? Wir sind immer noch da. Aber Internetverbindung ist halt instabil angezeigt. Keine Ahnung, was das ist, aber das ist dann wohl der Rausschmeißer. Kurzer Rausschmeißer, eine Runde. Was wünscht ihr euch, wie eure Arbeit wirken soll? Dass wir Menschen dazu motivieren, ihre Fakten zu prüfen und darüber zu reflektieren, warum sie das Zeug glauben wollen, auch wenn der Faktenstack ergeben hat, dass es ein Fake ist. Das wünschen wir uns. Von Alia? Einfach mehr Differenzierung insgesamt. Also in allem, was, und das kann jedes Gespräch sein, das ist vollkommen egal, ob mit der Kassiererin oder mit den Nachbarn oder mit dem eigenen Freundeskreis, mehr darauf zu achten, dass wir nicht grundsätzlich pauschalisieren, was im schlechtesten Fall dann negativ auf gesellschaftliche Gruppen zurückführt. Vielen Dank, Alia Pagin, Rüdiger Reinhardt und Julia Silberberger. Nach Berlin und Frankfurt aus Heidelberg vom Deutsch-Amerikanischen Institut. Ich will noch hinweisen, www.feministsalon.org. Das soll nicht unerwähnt bleiben, ist die Homepage von Alia Pagin. Jedenfalls gibt es da noch mehr nachzulesen, beziehungsweise unter der goldeneraluhut.de. Wir sind zu finden unter dai-heidelberg.de. Da sind Hinweise für weitere Veranstaltungen. Wir haben diesen Online-Stream direkt im Anschluss auch weiter online. Meine Kollegin macht einen Schnitt und wird es veröffentlichen. Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme im Chat und über E-Mail. Die Diskussion geht natürlich weiter und das Haus, der Saal wird wieder öffnen, bald als Hybrid. Wir haben auch zunächst Online-Veranstaltungen und hoffen, dass wir bald mit den nötigen Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregeln wieder öffnen können. Am 10. Juni dürfen Sie Bärbel Wardektski erleben. 20.15 Uhr wieder zur Primetime am Abend. Jetzt zuletzt vielen Dank an alle, vielen Dank nach Berlin und Frankfurt. Ciao aus dem DRI. Ciao, ciao. Bleibt alle gesund. Ciao.